dass das gegen mich verwendet wird. Und wisst ihr was? Es ist mir scheißegal. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Cyberman, Happy Birthday to you. Achso, ah, okay. Ja, alles klar. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller. Kufka, 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 Kifka. Stark. Stark. Hab dich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Das ist ja mega. Lieber Chat, mein Partner sitzt gerade nebenan und ich habe folgendes Gesicht gekriegt. Ihr dürft es gerne klicken, habe ich kein Problem. Wir halten es einfach immer Blue vor. Gute Nacht, Pi, angenehme Träume und ich drücke dir auch die Daumen, dass du schnell das Wochenende erreichst. Mecham 3K, wenn du mitspielen möchtest, über den Stream einmal mit der Maus hoovern und auf der rechten Seite hast du dann so ein kleines Icon, was reinfährt. Mit Quiz Kit draufklicken und aktivieren. Ihr wartet. Der Sinn des Spiels ist es, wenn ich blau bin, habe ich drei verschiedene Möglichkeiten zu gehen. Links hoch, rechts rüber oder durch die Mitte. Ich glaube Midlane oder Dschungel, keine Ahnung. Keine Ahnung, Bezeichnung ist mir egal. Und ich muss mit meinen Teammates in den gegnerischen Bereich kommen und da, ich glaube, das sind Brunnen, ich bin mir nicht sicher, vernichten. Türme. Und davon gibt es... Erstmal Türme, dann... Drei und eins, ne? Also drei Türme, ein Brunnen oder irgendwie sowas. Genau. Und dann hast du gewonnen, wenn du das geschafft hast. Nee, dann gibt es noch den großen Brunnen. Ich wollte gerade sagen, du kriegst halt... Zwei Türme, drei dritter Turm in der Base, Inhip, Doppelturm... Nexus. Nexus, genau. Können wir wieder auf das Kunststoffthema zurück? Da habe ich das Gefühl, mehr verstanden zu haben. Okay, das möchte ich geklippt haben. Sekunde. Kampf mit Rigani. Wir müssen da nochmal was klarstellen. Ihr seid beide auf dem Discord. Schlagt euch. Ähm, herzahle, liebste Josy, die Taube schießen ist eine schöne Umschreibung für eine Zigarette rauchen. Der Team da drauf gekommen. Das muss Männer werden. Oh, das ist eine lange Geschichte. Aber sehr witzig. Ja. Ähm... Du böses, böses Ding, du. Genau, die Kadente. Ich habe im Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord. Und dann separat ist für den Stream. Ey. Ja, Freaky. P, ich weiß. Mau Mau, das ist dein Spiel. Ich glaube, sollten wir uns jemals sehen, Freaky P. Werde ich dir ein Mau Mau Spiel schenken. Quack, quack. Quack, 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 quack. Wir müssen da noch mal was klarstellen. Ihr seid beide auf dem Discord. Schlagt euch. Ähm, herzahle, liebste Josy, die Taube schießen ist eine schöne Umschreibung für eine Zigarette rauchen. Wer hätte hier denn da drauf gekommen? Das muss Männer werden. Oh, das ist eine lange Geschichte. Aber sehr witzig. Ja. Ähm... Es ist doch der, der irgendwie immer sagt, hier ist das Vögelchen, lächel doch mal. Genau. Und dann am besten immer dumm in die Wäsche schauen. Moment, kann ich... Nein, meine lieben Leute, ich habe keinen Schlaganfall. Sieht so aus, ist es aber nicht. So Leute, jetzt ricken wir das Game. Ja, Morty. Und jetzt wird es so übel, jetzt kommt einer von uns dran und es wird Marios Abfahrt. Ich schwöre es dir dann kotze ich im Strahl. Die kam heute noch gar nicht dran und ich bin glücklich drüber. Ich habe neulich Autogas eingestellt, da bin ich gar nicht mehr klar gekommen. Und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Nein, es ist halt auch so. Brauchst du einen Eimer, oder? Bitte? Du hast gesagt, du kotzt im Strahl. Brauchst du einen Eimer? Ja, Freaky. P, ich weiß. Mau Mau, das ist dein Spiel. Ich glaube, sollten wir uns jemals sehen, Freaky P. Werde ich dir ein Mau Mau Spiel schenken. Na dann, hopp, hopp. Oh, das ist dein Spiel rum. Ja. Dann müssen wir uns jetzt kurz einmal Fächer halten. Ne? Hast du? Sehr gut, Barty. Der Sinn des Spiels ist es, wenn ich blau bin, habe ich drei verschiedene Möglichkeiten zu gehen. Links hoch, rechts rüber oder durch die Mitte. Ich glaube, Midlane oder Dschungel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bezeichnung ist mir egal. Und ich muss mit meinen Teammates in den gegnerischen Bereich kommen. Und da, ich glaube, das sind Brunnen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, nicht. Türme. Türme. Und davon gibt es... Erstmal Türme, dann... Ja, ja. Drei und eins. Also drei Türme, ein Brunnen oder irgendwie sowas. Genau. Und dann hast du gewonnen, wenn du das geschafft hast. Ne, dann gibt es noch den großen Brunnen. Ich wollte gerade sagen, du kriegst halt zwei Türme, dritter Turm in der Base, Inhip, Doppelturm... Nexus. Nexus, genau. Können wir wieder auf das Kunststoffthema zurück? Da habe ich das Gefühl, mehr verstanden zu haben. Okay, das möchte ich geklippt haben. Sekunde. Dass das gegen mich verwendet wird. Und wisst ihr was? Es ist mir scheißegal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Cyberman. Happy Birthday to you. Spitzel und Gehirnwäsche. Können wir nicht einstellen, wie viel wird ein? Der Ruhm. Ähm. Ich habe ein Schnatzproblem. Variantus Outing. 25. Ich glaube ein Schnatzproblem. Lieber Chat, mein Partner sitzt gerade nebenan. Und ich habe folgendes Gesicht gekriegt. Ihr dürft es gerne klippen, habe ich kein Problem. Wir halten es einfach immer Blue vor. Ach so. Ah, okay. Genau. Alles klar. Frage. Ein Plan davon. Frage 14. Wobei handelt es sich um einen bekannten deutschsprachigen Schriftsteller? Kofka, kafka, kofka, kifka. Was? Start. Hab dich voll erwischt. Der kam unerwartet, ne? Das ist ja mega. Genau. Dekadente. Ich habe mit dem Stream angefangen. Ich habe eins fürs Wohnzimmer, eins fürs Schlafzimmer, eins für die Küche, eins für Discord. Separates für den Stream. Ey. Bier kann ich hier aber nicht anbauen, weil ich habe keine, äh, Dings, nicht Hanf, ähm, Hopfen. Einen wunderschönen, äh, guten Tag und Hallöchen ihr alle. Hallöchen Miri, hallo Exo, Däumelinchen und Dolly seid auch begrüßt. Einen wunderschönen guten Abend Luffy und natürlich auch dem Holy Camper. Na, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Seid gut ins Wochenende gestartet. Na, Let's Go ist noch ein bisschen zu früh. 14 Uhr geht's los. Das Spiel habe ich schon im Hintergrund mal aufgemacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, mein lieber Exo. Danke für deinen Host. Und da kommt auch schon die Konfetti-Kanone für dich. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, wie wir uns in, wer weiß denn sowas schlagen. Und vielen lieben Dank, Däumelinchen, fürs Putzen. Musste auch mal wieder richtig durchgewischt werden hier, oder durchgefegt, besser gesagt. Nun, sie hat sich tapfer der Herausforderung gestellt, Miri. Dankeschön auch an dich, Däumelinchen, für deinen Host. Wie ihr das untereinander ausmacht, das ist mir Wumpe. Ihr könnt das auch im Wechsel machen. Das ist eure Entscheidung. Ich sag's auch gleich vorweg, ich habe nichts Special-mäßiges vorbereitet oder ähnliches. Dafür fehlte mir einfach die Zeit. Einzige, was ich gemacht habe, dass mittels Befehl einmal der ganze Ablauf runtergerattert werden kann, damit jeder sieht, wann, wie, wo, was stattfindet. Ich fange jetzt gleich einmal an mit, wer weiß denn sowas. Später kommt dann Planet Zoo, wo ich noch eine Challenge irgendwie brauche, oder eine Idee, was wir bauen können. 18 bis 20 Uhr ist Rage-Time für mich. Da geht's zu Fall Guys. Da werde ich wahrscheinlich ausrasten. 20 bis 22 Uhr spielen wir Marbleson-Stream. Das kann chaotisch werden. Ich und die Kamerasteuerung, das wird die Hölle. 22 bis 0 Uhr bauen wir dann ein Sims-Haus für die Community. Und von 0 bis 2 Uhr ist dann der, und es tut mir leid, Däumelinchen, der absolute Abfuck für mich, Phasmophobia. Ja. Hallöchen Regani, schön, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Urlaub und bist erholt zurück. Dann switchen wir doch mal eben rüber auf, wer weiß denn sowas. Und, weil ich nicht cheaten möchte, machen wir den Counter oben rechts. Hallo? Nie. Wir müssen 13 Minuten abziehen. Du hast Rückenschmerzen. Ei, 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 ei. Ich will nicht in die Technik. Der Moment der Wahrheit. Für welches Team entscheidest du dich? Sims 4 bis 100%ig da, das ist schön. So, wollen wir Team Bernhard oder wollen wir Team Elton? Ich hätte gesagt, wir gehen Team Elton. Nachdem ich letztens schon wie Elton auf Twitch bezeichnet wurde, bietet sich das doch an. Und Hallöchen, Mel. Ich hoffe, dir geht es gut. Wer mitquatschen möchte, kann gerne auf den Discord kommen. Ich bin da aktuell in Raum Live 1. Hallöchen, Zockerhase. Bei der Weißen sowas. Bennett Holker und Elton. Und es geht los. Herzlich willkommen. Es ist endlich wieder soweit. Eine neue Ausgabe, wer weiß denn sowas. Mit tollen Gästen, spannenden Fragen, interessanten Antworten. Tipps für den Alltag. Da ist für jeden was dabei. Und ich habe gleich zum Anfang eine wichtige News für Sie. Es ist wirklich ein Fakt, den sollte jeder kennen und wissen. Und er wird sicherlich auch hier im Publikum für viel A und O sorgen. Wussten Sie das, dass Pantoffelkäfer-Männchen sich nach der Paarung in ein Weibchen verwandelt? Nee, das wusste ich nicht. Und Zockerhase, ich zieh dich. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen mit welchem Team ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt. Was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Hallo? Ah, Hallöchen. Das Team Burnhardt haben hinter sich gebracht. Du hast recht, Oli. Die Krälenpüse haben sie gut getroffen. Na, wie geht's dir, Zockerhase? Oh, ganz gut halt. Das ist schon mal gut. Jetzt geht's los. Hier ist die Wand. Ich genieße die Ferien. Die Kategorien sind... Oh Gott. Unser Körper. Wintersport. Florida. Schönheit. Einspruch. Das Fragezeichen. Total genial. Wie ticken wir? Im Labor. Olympia. Essen und Trinken. Und Fotografie. Das sind bescheidene Kategorien für mich. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Oh. Also Olympia möchte ich definitiv nicht nehmen. Eventuell Essen und Trinken. Essen und Trinken feiert Elton immer. Nehmen wir. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Ja, komm. Wird beim Grillen die Glut mit Bier abgelöscht. A. So hat die Skandaline-Fekt das Grillgut. B. Erhält das Fleisch... Vielen lieben Dank, Exo, für deine 10 BDs. B. 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 So, was haben wir denn hier für eine Frage? Was hattest du gesagt, Zockerhase? Morgen. Ich hoffe, ob er mich so hört, ob es so laut genug ist. Ja, doch, das passt. Guten Morgen, Dolly. Na? Na sie? Na du? So, dich wärst mal ein bisschen lauter gemacht. So, wird beim Grillen die Glut mit Bier abgelöscht. So hat dies keinerlei Effekt auf das Grillgut. Erhält das Fleisch... Wari? Ja. Schiebt man eine Kamera woanders hin, man kann die halbte Antwort nicht lesen. Oh, jo. Danke für den Hinweis. Gerne. Äh... Darf ich helfen? Ihr könnt gerne mitraten. Da hab ich kein Problem. Bei dieser Frage wird nicht nämlich ein Profi, ich bin Thüringer. Dann können Sie gucken, die abgelöscht. Ähm... Hält das Bier durch die Dämpfer einen malzigen Geschmack oder bleibt der Fleischsaft besser im Steak? Ich sag C. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Glaube ich nicht. Also, bleibt der Fleischsaft besser im Steak, dann müsste ich das Steak anbraten, damit die Fleischporen geschlossen sind. Wäre... Also, ich fange einfach mal mit meiner Herleitung an. C schließe ich aus, weil das würde ich dann anbraten. Ähm... Erhält das Fleisch durch die Dämpfe einen malzigen Geschmack? Würde keinen Sinn machen, weil die Dämpfe sind ja im Endeffekt nur Wasser. Also, sprich Wasser, was nach oben dampft in dem Moment. Also, das Wasser verglüht, oder wird ja heiß gemacht und verdampft und geht nach oben. Hat das keinerlei Effekt auf das Grillgut? Hätte ich gesagt, weil es unnötig ist. Und weil so viele Männer drauf schwören, hätte ich gesagt A. Aber was sagst du denn, Zockerhase? Ähm, so, ja. A würde ich auch sagen, weil mein Vater macht das öfters. Das riecht dann einfach nur gut die Luft, aber... Es hat nichts wirklich mit dem Fleisch gemacht. Und ja, so richtig saftig wird es halt auch nicht. Also, glaub ich, auch A. Also, ich wäre auch bei A. Das hat überhaupt keinen Effekt. Kommen wir in dem A. Ich bin doof. Dann lock mal ein. Dann lock mal ein. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Grillen und Bier. Diese Kombination gehört für viele zu einem gelungenen Sommerabend dazu. Auf dem Grill selber hat das Bier aber nichts zu suchen. Denn die Angewohnheit, Bier in die Glut oder auf das Grillgut zu schütten, ist völlig sinnlos. Das Bier verdampft sofort und wirbelt nur unnötig Asche auf. Wer seinem Grillgut dennoch eine Biernose verpassen möchte, sollte sein Fleisch besser einen Tag vorher gar nicht marinieren. Ja. Oh ja, okay, wieder was gelernt. Geh. Was soll eure erste Kategorie sein? Was hältst du von im Labor? Nee, nehmt doch Olympia. Das finde ich zum Beispiel. Gefällt mir grad total gut. Im Labor, bitte. Mit welchen Hilfsmitteln lässt sich eine Glasflasche sauber in zwei Hälften teilen? A. Seifen, Nagelschere. B. Kordel, Sturmfeuerzeug, kaltes Wasserbad. Oder C. Zitronensäure, Toilettenpapier und Hammer. Kordel um das Glas mit dem Feuerzeug anzünden und wenn es heiß ist, ins kalte Wasser abschrecken. Da sind wir uns auch einig. Eventuell B. Dann geht's direkt raus. Kommt dann. Sorry. Sorry, aber safe. Auf die Lösung. Bierflaschen sind sehr stabil. Durchschnittlich 40 Mal werden sie wiederverwendet. Doch jetzt geht es dieser Flasche an den Kragen. Die Kordel einfach mittig um die Flasche binden. Ein wenig Feuerzeugbenzin rüberträufeln und anzünden. Von diesem Benzin stand nichts in der Antwortmöglichkeit. Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Ins kalte Wasser getaucht, kühlen die Moleküle schnell ab, ziehen sich zusammen und die Flasche teilt sich. Lass mich mal einen sauberen Bruch. Das ist ja ungerade. Du bleibst erstmal bei 0 Euro, aber das heißt noch gar nichts. Wie machen wir bei euch weiter? So, was nehmen wir denn? Du musst es, ist doch. Ja, aber einfach deswegen, weil ich Videos dazu gesehen habe. Aber theoretisch war halt in der Antwortmöglichkeit nichts von diesem Benzin die Rede. Weil wenn du die Kordel normalerweise anzündest, du hast nicht so eine Hitzeentwicklung. Aber du hast jetzt nicht geantwortet, sondern das waren die Bots? Genau, das war die KI. Ach so. Ich kann nur für Eltern spielen. Für KI ist es ja echt scheiße. Ja. Recht bin ich nicht gut drin. Wie ticken wir? Ist Psychologie total genial und Fragezeichen können so unnützes Wissen sein? Fotografie kenne ich mich nicht aus. Olympia ist irgendein Sportscheiß, da kenne ich mich auch nie aus. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Olympia könnte ich mich auskennen, aber da auch nur ganz wenig. Wenn ich auf Schönheit gehe, muss ich hoffen, dass Däumelinchen richtig antwortet. Ich vermute mich ja, dass irgendwas mit Mode und so ist nicht dauernd. Bis auf Däumelinchen könnte ich hier niemals so richtig Mode. Mode oder Schminke oder irgendwie sowas. Ich nehme, ähm, 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 wie ticken wir? Ist der Kellner eines Restaurants übergewichtig? A, bestellen die Gäste viermal so oft Nachtisch? B, verzehren die Gäste doppelt so schnell... Äh, ich höre auch über den Stream zu, weil die Gäste mit der Erklärung kommen, muss ich laut und leise machen. Das ist doof. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ist der Kellner eines Restaurants übergewichtig? Bestellen die Gäste viermal so oft Nachtisch? Verzehren die Gäste doppelt so schnell ihr Essen? Oder beschweren sich Gäste dreimal so oft über ihr Essen? Okay. Ich weh mir mich über gar nichts. Also welche Herleitungen wollen die da haben? Bestellen viermal so oft Nachtisch? Weil sie denken, oh, guck mal, der, der, der Kellner, der ist dick. Das muss hier schmecken. Weil verzehren die Gäste doppelt so schnell ihr Essen? Geht's um den natürlichen Fresseneid? Oh Gott, schnell auffuttern, damit der Kellner nix isst. Warum auch immer? Beschweren sich Gäste dreimal so oft über ihr Essen? Ich glaube, C könnte so anmerken, so ein Motto, dann auch. Weil Essen ist jetzt nicht so gut, das liegt daran, dass du es gebracht hast. Aber ich vermute eher nicht, C. Das ist ja nur noch Abend wieder. Also ich kann jetzt nicht wirklich weiterhelfen, weil ich guck da jetzt nie so wirklich auf den Kellner. Auch nicht. Das interessiert mich doch gar nicht. Mich interessiert nicht, ob er irgendwie dick ist oder so. Hauptsache, das Essen ist da. Mehr nicht. Beschweren sich die Gäste dreimal so oft über ihr Essen? Könnte halt jetzt höchstens sein von wegen... Entweder sie sind richtig gehässig und sagen, lass mal den Dicken laufen. Oder aber sie gehen eher davon aus, so... Hm, das ist irgendwie qualitativ nicht so hochwertig. Hallöchen, meine liebe Tanja. Ich hoffe, dir geht es gut. Wenn man jemanden sieht, der übergewichtig ist, dann denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, das möchte ich lieber nicht. Dann esse ich lieber keinen Nachtisch. Ich höre mal auf euch. Ich hätte jetzt eher B genommen, aber okay. Oh nein, du hast Kopfschmerzen. Gute Besserung. Ich sage lieber nichts, bevor ich irgendwas Falsches sage. Die Kardinal-Universität fanden heraus, wer im Restaurant von einem Kellner mit hohem Body Mass Index bedient wird, bestellt viermal so häufig Nachtisch. Die Forscher vermuten, dass die Leibesfülle des Kellners die soziale Norm vorgibt. So denkt ihr das, Übergewicht sei normal und man kann sich zugestehen, mehr zu essen. 1000 Euro auf eurem Konto. Das ist so doof. Das ist so doof. Ganz ehrlich, ich esse teilweise gar keinen Nachtisch in einem Restaurant. Ich auch nicht. Wir hätten gerne Florida. Ja, neben Florida. Kenne ich mich nicht aus. Glaube ich. Wie schützen Wasservögel in Florida ihre Nistkolonien vor gefräßigen Nesträubern? A. Sie erzeugen zur Ablenkung Strudel im Wasser. B. Sie füttern die alle... Oh, holi. Sie bauen sich eine Zwille aus Nesten und schießen Nüsse. Fällt dir zu B was ein? Danke für die 10er-Satt-Bombe. Wie findest du zu? Äh. Zu verrückter. Es ist zu komplex für dich. Wir nehmen dich. Respekt. Wir haben B eingeloggt. Und egal welche Antwort jetzt richtet... Erstmal die Konfetti-Kanone für dich. Spektakuläre Bilder. Gleichzeitig werden in diesen Nestern auffallend mehr Eier gebrütet, als die Vögel versorgen können. Die perfekte Win-Win-Situation. Die Alligatoren halten Nesträuber wie Waschbären fern und erhalten als Gegenleistung einige aus dem Nest gewaufene Vogel. Hört sich einen Glückwunsch an alle, die in den Zeit bekommen haben. Ich melde mich gleich, wenn das Video vorbei ist. Also erstmal vielen lieben Dank, Holi, für die 10er-Satt-Bombe. Du hast getroffen JP, Wuko. Shade of the Night, Sascha82X, Lady HH, der Sille hat ein Abo abgekriegt, die Tanja hat ein Abo abbekommen, Taka Tunga hat eins bekommen, Tyra Wall und die Nadel-Elfe. Gratulation und dann auch nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an dich Mel, du hast dem lieben Exo ein Abo verschenkt an Exo. Mein Gott, ich bin heute durch. Sag mal, tickt ihr jetzt gerade aus oder was? Und dann haut er nochmal 10-Satt-Bomben hinterher. Danke, 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 mein lieber Holi, jetzt eskaliert doch nicht komplett hier. So viel kann ich im Stream, so wie das hab ich wahrscheinlich gemacht. Gratulation an Kackepilz, was für ein Name, Blacker's Beast, Forbiddenberry, der Topstar, Seeküste, Teosu, Shadowgamer, Tandana, Mokrator und Xali haben ein Abo bekommen und vielen Dank nochmal für die 70-Bits-Exo. Jetzt, jetzt dreht er komplett raus. Und nochmal Mel mit 100 Bits. Und Dankeschön, Mel, für die 100 Bits. Ja, Regani, ich bin jetzt schon durch, das kann heiter werden. Wari, ich vermute, da kommt noch mehr. Ich halte mich da jetzt raus. Ich schwimme mal weiter. Ich nehme mal das Fragezeichen. Zum komplett verwirren. Ich glaube, das Fragezeichen spiegelt gerade deine Stimmung müssen wieder. Nee, die Stimmung ist gut. Das Fragezeichen habe ich gerade zwar im Kopf, ja, aber... Ich glaube, jeder von uns würde so reagieren, wenn der 20-Bits schon ca. 100 Bits haben würde. Ja, krank, krank, krank. Das ist halt dann viel Geld, wenn man mal überlegt, dass ein Zabit so ca. 5 Euro kostet, hat er gerade 100 Euro rausgehauen. Ja, das ist das Traurige, Holi. Pass auf deinen Geldbeutel auf, bitte. Und danke fürs Tschiern. So, zur Rose abziehen bezeichnet das Eindicken von Soßen, Kürzen von Hosen oder Ernten von Radieschen. Zur Rose abziehen. Und Dankeschön, Däumelinchen, für deine 100 Bits. Und der Sub-Trainer-Star. Und ihr habt den Sub-Trainer ausgelöst, ihr seid doch verrückt. Aber mal zurück zum Quiz. Ich habe irgendwie so eine Vermutung, dass es B ist. Kürzen von Hosen. Zur Rose abziehen. Eindicken von Soßen. Also Regani. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Mit Eige binden. Also A. Okay, ich vermute Regani meistens. Vertraut den Gastro-Leuten. Alles klar. Ey, dreimal A hintereinander ist halt echt weird. Und Mel, vielen lieben Dank. Auch für deine 100 Bits. Was so politisch klingt, ist ein Fachbekämpfung. Zur Rose abziehen. Bezeichnet dem nach, dass eine Soße bei geringer Hitze und unter ständigem Rühren mit Eigelb gebunden wird, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Bei der anschließenden Probe kommt die Rose ins Spiel. Den Kochlöffel in die angelegte Masse tauchen und wieder herausziehen. Danach auf den Soßenfilm am Löffelrücken pusten. Es bildet sich ein welliges Muster, das mit etwas Fantasie einer Rose erhält. Ah, deswegen zur Rose abziehen. Und vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Bits. Und für das Abspielen des Sounds, meine liebe Miri. Nächste Kategorie für euch. Ihr macht das mit den Konfettis. Ihr seid doch verrückt, ey. Hype Train schon auf Level 5 durch. Und vielen lieben Dank für das Punkte-Reihenball-Anmeld, für die Giveaway-Verlosung. Und Miri hat Spaß mit Badou. Nach halb Pausen, Dolmellinchen. Ihr entscheidet euch für B. Und hier ist die Lösung. Eine Darmstädterin verklagt 1989 den deutschen Wetterdienst, weil sie sich von dem Ausdruck Altweibersommer diskriminiert und beleidigt. Und weitere Abos gehen raus an JLP17Live, Tiskipo, 100 Zassa, Pandas Alfie und D3RB83. Gratulation an die ganzen Abos. Und Hallöchen Fluffy. Ich hab jetzt nix mitbekommen. Die fühlte sich beim Altweibersommer diskriminiert. Ach du Scheiße. So, wie machen wir weiter? Ah, du bist ja echt gut bisher. Ja, da ist Mel schon schneller gewesen. Und Walla, vielen lieben Dank fürs Punkte-Reihenballern. Ähm, ich nehm total genial. Total genial, find ich super. Was hilft gegen zu viel Kohlensäure in einem Glas Mineralwasser? A, eine Brise Salz einsteuern, B, ein Spritzer Öl hinzufügen. Ich würde dir, wie gesagt, vorschlagen, Olympia, weil ich glaube, hier kennen sich wirklich viele mit Olympia, glaube ich, aus. Ja, also ich hab erstmal... ...total genial genommen. Äh, die KI spielt da gerade. Hohe K, Fluffy. So, was hilft gegen zu viel Kohlensäure in einem Glas Mineralwasser? Naja, das Wasser schütteln und dann ins Glas einfüllen, aber okay. Eine Brise Salz einstreuen, ein Spritzer Öl hinzufügen. Spritzer Öl hinzufügen oder einen Magnet unter das Glas stellen. Und Holy, vielen lieben Dank an das verschenkte Giftsab-Abo. An Call-Me-Punzel. So, Kohlensäure. A und B machen gar keinen Sinn mit. A, würde es halt das Wasser kommen jetzt seltsig schmecken, das würde ja total kacke sein. Und Spritzer Öl, ich meine, niemand will Öl in seinem Wasser haben. Könnt ihr euch jetzt mal entschuldigen? Naja, aber bei der Fragestellung geht es ja nicht darum, ähm, dass man es anschließend noch trinken kann. Sondern viel eher darum, die Kohlensäure rauszukriegen. Und die Show geht ja darum, dass man so neue Sachen lernt, vielleicht auch Lifehacks fürs Leben und so. Also, das war mein Vermutung. Deswegen macht C am meisten Sinn für mich. Aber mit welcher Begründung? Naja, Mineralwasser hat ja, wie schon, das heißt, Mineralien drin und vielleicht sammelt der Magneten Mineralien auf. Ich weiß auch nicht ganz. Ey, ihr seid verrückt. 27 Abos und 475 Bits. Ey. Ich hoffe, ihr habt alle noch fehlende Emotes bekommen. So, also Öl würde obendrauf liegen bleiben. Damit könnte... Ey, gut, es ist mit dem Spritzer gemeint, aber das bindet irgendwie nicht. Prise Salz. Was macht das Salz neukulartechnisch? Ja, Salz saugt ja Wasser auf. Das ist zumindest die Eigenschaft von Salz. Lass mich mal kurz überlegen, wie ich Nudeln koche. Okay, aber der Chat sagt A. Nee, Waller sagt C, weil Waller nicht der ganze Chat ist. Waller sagt C. So, weil ihr alle A nehmt, nehm ich C. Ja, hab ich auch C gesagt. Ich war der Erste, der C gesagt hat. Das ist richtig, Holi. Du bist nicht verrückt. Du bist nur besonders, besonders komisch. Aber auf die positive Art. Keine Ahnung, warum? Ich weiß auch nicht, warum ich A nehme. Aber wenn ihr sagt A. Wir lösen es auf. Es führt keinen Weg dran vorbei. Ich bin gespannt. Ihr wisst ja schon, wenn es falsch ist, wird er euch böser. Nein, schau. Wo? Ihr wisst ja mehr als ich, ist weiß. Das Wasser sprudelt weniger und schmeckt bei sparsamem Gebrauch auch nicht zu salzig. Nicht zu salzig. Ihr seid bei 2000 Euro. Also, vielen lieben Dank. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der fällt schwach. Waller und ich sind halt nicht so gut. Sollen wir einfach Olympia nehmen? Das kann mit euch nur gut laufen. Das heißt, ich nehme gleich Olympia. Klingt doch interessant. Klingt am vernünftigsten. Wir nehmen unser Körper. Viel Spaß und danke für deinen Lörg. Irgendwas ist mit uns nicht wirklich richtig. Hier haben wir gefühlt einen Experten für alles. Also Ringer und so weiter. Das ist definitiv A. Das ist unnützes Wissen, das weiß ich. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass es weitaus mehr ist bei der Banane. Das sind eine CD, sind 20 Lieder. Wir nehmen A. Das ist C. M-m. Wir nehmen A. Das ist A. Das müssten sogar weit mehr als 50% sein. Naja, aber halt, die DNA ist ja wie so ein Markenzeichen. Deine DNA, ja, ist wie so eine Festplatte. Auf dieser DNA sind alles gespeichert, was dich zu dir gemacht. Der Mensch hat etwa 50% seiner DNA mit einer Banane gemeinsam. Denn vor etwa 1,5 Milliarden Jahren teilte sich die Ergiftung von Tieren und Pflanzen. Eine historisch bedingte Ähnlichkeit ist also noch vorhanden. Also seid ihr alles Bananen zur Hilfe. Also kann ich jetzt zu einer Bananen-Rinnung sagen, man hält Bruder oder was denn? Na, es geht ja nur darum, dass die DNA identisch ist. Aber es ist schon witzig. So, wir nehmen Olympia. Jetzt bin ich komplett aufgeschmissen. Ich sag lieber noch nicht, aber ich wollte... Na komm, wer ist denn hier raus? Von 1984 bis 1992 gab es olympische Wettbewerbe im A. Tandem Einradfahren, Discos Paarwerfen oder Solo-Synchronschwimmen. Ja, Leute. Ich bin rauf. Okay, Solo-Synchronschwimmen ist schon mal nicht möglich, weil Synchronschwimmen, da brauchst du mir jetzt zwei Leute und Solo ist halt nur einer. Tandem Einradfahren gibt es auch erst recht nicht, aber Discos Paarwerfen. Es gibt schon verdammt lange Discoswerfen. Bei Einradfahren habe ich noch nie gehört. Das ist eine olympische Sportart. Wir machen es uns einfach. Wir fragen das Publikum. Die haben da bestimmt eine Netflix-Doku drüber gesehen. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Ihr nehmt den Publikums-Joker? Wer glaubt, hier helfen zu können? Nehmen wir den mit der Käppi, nehmen wir die Frau im Hintergrund, nehmen wir die Frau im Vordergrund oder nehmen wir unseren fleischfarbenen Badekappentypen? Wir müssen jetzt sowieso einen davon auswählen und das, was der antwortet, nehmen wir. Mr. Käppi, Frau im Hintergrund, Frau im Vordergrund oder unsere fleischfarbene Badekappe? Frau im Hintergrund, die sieht aus wie die Chinesen und Chinesen sind schlau. Ja komm, dann nehmen wir die. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, ich würde antworten. Ich würde jetzt nicht enttäuschen. Äh, darüber habe ich schon... Ich habe da mal was gelesen. Mhm. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles fanden erstmals Wettbewerbe im Solo-Synchronschwimmen statt. Im Prinzip reicht es dem klassischen Synchronschwimmen eben nur mit einer Schwimmerin. Die Synchronität bezieht sich bei dieser Sportarbeit... Synchron-Synchronschwimmen ist doch zwei Jahre, das hat den Namen nicht verdient, sehr genauso wie vegan und Wurst. Auf dem, als 1992 nicht mehr olympisch war, gibt es Solo-Synchronschwimmen nach wie vor. Bei nationalen... Chapeau, Fluffy. Chapeau. Gut, Synchron-Schwimmen zur Musik hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Vielen lieben Dank. Das ist stark. Naja, es kann auch Synchron sein, eben wie beschrieben, zur Musik. Dass du im Takt bist. Nachtaufnahme. Welcher Zähnungswürdigkeit darf nicht ohne weiteres veröffentlicht werden? A. Weißes Haus in Washington, B. Pariser Eiffelturm, oder C. Das Wiener Burgtheater. Das weiß ich, das ist der Eiffelturm. Könnte es A sein? Da gibt es Copyright-Probleme. Hm, C vielleicht? Ich kann mir vorstellen, dass das Wiener Burgtheater nachts eine bestimmte Beleuchtung hat, die rechtlich nicht einfach gezeigt werden darf. Ich bin mal kurz weg. Ja, also wir loggen Sie ein. Kein Problem. So, hier kommt die richtige Lösung. Dank der sogenannten Panorama-Freiheit darf in Deutschland an öffentlichen Orten unbedarft... Aber das Problem ist beim Pariser Eiffelturm die Lichtinstallation. Die ist unter einem... Unter einem Copyright. ...für das Bauwerk bereits erloschen, denn sein Erbauer Gustav Eiffel starb vor mehr als 70 Jahren. Doch der Künstler Pierre Bideau besitzt die Urheberrechte an dem einzigartigen Lichtkonzept, in dem der Turm nachts erstrahlt. Wer ein Foto davon veröffentlicht, kann sich also strafbar machen. So, zwei Kategorien haben wir noch. So, Miri möchte Schönheit. Och nö. Och nö. Doch, machen wir. Womit lassen sich Haare reinigen, wenn weder Wasser noch Shampoo zur Verfügung steht. A. Apfelschorle, B. Grießbrei oder C. Maisstärke. Ich wäre jetzt bei Maisstärke gewesen. Dass die irgendwie die Fette bindet und dann ausgeschüttelt werden kann, wie bei so einem Trockenshampoo. A. Apfelschorle, das verklebt doch so wie Sau. Und Grießbrei, Alter, das sieht aus. Ich kriege gerade Bilder. Ich kriege da Bilder in meinem Kopf. Ich stelle mir jetzt gerade so einen Punk vor, der so einen Irokesen hat, mit Grießbrei drin. Uah. Lass uns C nehmen. Also ich bin da definitiv bei Maisstärke. Die kriegst du wenigstens nur ausgeschüttelt. Hier ist die Lösung. Trockenshampoo lässt fettige Haare in Sekunden wie frisch gewaschen aussehen. Um es ganz einfach selbst herzustellen, reicht schon der Griff ins Küchenregal. Gut, das ist Maisstärke. Gleichmäßig aufraden und gut aersieren. Die Stärke bindet den Teig, entfettet zart und kann anschließend mit einer dichten Bürste ausgekämmt werden. Das heißt 3.000 Euro. Uff, uff, uff. Und noch eine Kategorie offen. Alles Klärchen, Zockerhase. Viel Spaß im Lörg. Was ist oft bei Anfängerkursen auf Skipisten zu hören? A. Halbmond und Sonne. B. Pizza und Pommes. Oder C. Ernie und Bert. Pizza und Pommes. Wäre da B möglich? Wegen Schrägstellung und Geradestellung. Also ich glaube, es ist A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Bevor Kinder anfangen, auf der Skipiste schneller zu fahren oder Kurven zu versuchen, sollten sie das Bremsen beherrschen. Dafür wird zunächst der Pflug gelangt. Um den Kindern dies möglichst einfach zu erklären, sollen sie ihre Ski erst in die Parallelstellung halten wie zwei Pommes. Das kenne ich, Mel, das kenne ich. Ich habe zum Bremsen bei meinen Skikursen viel genutzt. Andere Skifahrer, die ich umgenockt habe. Bäume, die ich umarmt habe. War lustig. Das Runde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen, dass Team Bernhard 1.000 Euro auf eurem Konto. Das Team hat 1.000 Euro für euch. Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie ist Geografie. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Gut, Betrag ist gesetzt. Nein, wir gehen nicht all in. Dann kommen wir jetzt zur Entscheidung. Hier ist die Masterfrage. Jetzt muss ich mir nicht alleine antworten. In dieser Länder hat die Hauptstadt mit den meisten Einwohnern. A. Indonesien, B. Südkorea oder C. Russland. 20 Sekunden habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Alles Klärchen, Miri. Okay, viel Spaß noch und vielen, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Mach's gut. Und feier schön den Geburtstag deiner Mann. Ich habe B genommen. So, drei Teams haben ihren Tipp abgegeben und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort A. Ich habe jetzt auf Seoul getippt und nicht auf Moskau. Schauen wir auf die Auflösung. Seoul absolut korrekt. 10,2 Millionen Einwohner. Moskau hat 12,2 Millionen Einwohner. Und Jakarta hat 10 Millionen Einwohner. Moskau hat die meisten Einwohner. Ja. Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Glück gehabt. Gut, dass ich nicht all in bin. Glückwunsch zum Sieg. Das war, wer weiß denn, so weit für heute. Ich hoffe, ihr habt den Spaß. Haben wieder ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank an unsere beiden Teams. So, dann können wir die nächste Runde spielen. 36 Minuten hat es gedauert. Ja, das ist gut. Dann können wir vier Spiele grob spielen. Alles gut. Ich hätte da sowieso mein Ding durchgezogen. Von daher, alles fein. Heute bei der Weißen-Sübersch. Dann hat Holger und Elton. Und jetzt geht's los. Fun Fact, ich habe Elton genommen, weil er den Panda auf dem Shirt hat. Hier ist schon wieder eine Wahnsinnsstimmung im Studio. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Aber wie immer gibt es zum Einstand der Show eine spannende und interessante Information für Sie. Wussten Sie eigentlich, dass die schwedischen Gardinen ihren Namen daher haben, dass schwedischer Stahl früher als besonders hart galt? Nee, dachte nicht wegen der Ähnlichkeit. Also du dachtest wegen der Ähnlichkeit, aber nee, an der Ähnlichkeit liegt es nicht. Wie viele Menschen heute sich für euch entschieden haben, euch ihr Vertrauen schenken. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Ich sollte das Spiel mal streamen und mir so einen Pulli machen. 100 Euro plus zwei Publikumsjoker, eine für jedes Team und es geht los. Hier ist die Wand. Die zwölf Kategorien sind heute. Für Sicht am Strand. Verkehr, total genial. Lebensretter, Erfindung. Lebensretter, Erfindung. Was bin ich? Tierisch, tierisch. Insekten, Regenwald, das Fragezeichen. Und clever. Ist eigentlich eine schöne Auflösung. Über Auflistung. Wenn ihr euch hinter sich habt, darf die erste Kategorie wählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Physik ist okay. Am Strand, Verkehr, total genial. Lebensretter, Erfindung. Was bin ich, tierisch? Wir fangen mal mit Lebensretter an. Nehm ich sehr gern. Welches nützliche Hilfsmittel aus dem Haushalt haben Hundeführer bei einem Rettungseinsatz immer dabei? A. Babypuder, B. Bodylotion oder C. Zahnpasta. Welches nützliche Hilfsmittel aus dem Haushalt haben Hundeführer bei einem Rettungseinsatz immer dabei? Zahnpasta, Bodylotion oder Babypuder? Bindet Babypuder Gerüche? Babypuder macht doch im Endeffekt eigentlich Dinge trocken, in Anführungszeichen. Okay, Fluffy sagt auch, denkt A, um Gerüche zu neutralisieren. Und das wäre mein erster Gedanke gewesen beim Babypuder. Bodylotion ist meistens extrem parfümiert und würde das überdecken. Und Zahnpasta ist meistens sehr scharf. Also für Minze oder Eukalyptus oder sowas. So, dann nehmen wir mal Babypuder. Das war meine erste Intuition. Einen wunderschönen... Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. ...ist die Windrichtung ein wichtiger Faktor. Rettungshunde folgen bei der Suche ihrem Riechinstinkt. Und das geht am besten gegen den Wind. So kann der Hund die Geruchsspur des Gesuchten besser verfolgen. Um die Windrichtung zu bestimmen, haben die Führer von Rettungshunden bei Einsätzen immer Babypuder dabei. Sie streuen das Pilger in die Luft und können so feststellen... Wow, hat also gar nichts mit dem Riechen zu tun. Also ich hätte auch auf Babypuder getippt, aber aus einem anderen Grund. Okay. Also ich hätte es mir daher geleitet, dass vielleicht auf rutschigen Untergründen... ...damit die Pfoten halt eingepudert werden, damit die Hunde nicht rutschen. Hm. Joa, falsche Herleitung. Also falsche Herleitung, aber richtiger Grund. Physik, bitte. Saimi! Hallöchen! Vielen lieben Dank für deinen Rate, mein Lieber. Na, wie sind deine Mad-Baguettes geworden? Auch schon sehr früh sehr brennend werden kann, weil das Licht weht durch weniger Atmosphäre muss. Was hältst du von dir? Veganie wäre für A. Das, ähm, glaube ich nicht. Wir nehmen A. Ihr habt durch die Höhe natürlich. Hier ist die Lösung. Die Intensität der UV-Strahlung, die einen Sonnenbrand verursacht, ist abhängig von der Länge des Weges durch die Atmosphäre. Sehr schön. In der Kieler Bucht ist bei gleichen atmosphärischen Bedingungen die UV-Strahlung stärker aufgrund des längeren Weges etwa 15 bis 25 Prozent niedriger als im Süden. Freiburg liegt schon etwas höher, aber immer noch ca. 2.700 Meter unter der Zugspitze. Insofern ist auf der Zugspitze die Zeit bis zum Erreichen eines Sonnenbrandes am kürzesten. Ja. Veganie ist sehr schlau. Ich hoffe, du hast Fotos gemacht, Cyber, und packst sie auf Insta. Ich bin nämlich gespannt, wie die aussehen. Ansonsten muss ich es wie Udi nachgucken. So, was nehmen wir denn jetzt? Mel, welches Schweindal hätten sie denn gern? Ach, tierisch bin ich eigentlich ziemlich gut. Tierisch, tierisch, sagst du? Ja. Wobei, eigentlich müssten wir ja eine Verkehrsfrage verspielen, ne? Ah, tierisch, tierisch ist ausgewählt. Sehr gut. Oh Gott. Oh, das ist schwer B oder C. Also ich weiß, dass bei den Chameleons die Zunge aufgerollt sehr, sehr lang ist. Wie war's mit dem Ameisenbär? Ich meine, es ist das Chameleon. Es gibt Chameleons, die in Europa heimisch sind? Okay. Moment. Jetzt, wenn ich jetzt von der Auflistung her würde, wäre ich beim Ameisenbär, schon allein aus dem Grund, der muss so unfassbar weit in so einen Ameisenhügel rein. Es kann das tricky sein. Ein Chameleon, roundabout 20 cm, circa. Das heißt, die Zunge wäre, oh, 40 cm. Das ist okay. Ja, doch, das macht Sinn. Ein Ameisenbär. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ein Ameisenbär dürfte ungefähr so groß sein wie ein Schäferhund. Vielleicht größer. Es muss ja die Zunge unfassbar lang sein. Sagten der Chat. B. Hm. C. Ameisenbären sind zu groß. Ja, kann sein. B. Größer als ein Hund. Also, ich wäre, ich wäre wirklich auch eher beim Chameleon. Ein Schnabeltier schließe ich komplett aus. Ja. Schließe ich auch aus. Die sehen zwar unfassbar süß aus, aber nee. Also, ich bin beim Chameleon. Verhältnis. Ja, das Verhältnis überzeugt mich. Ja. Und ich weiß halt, dass beim Chameleon quasi die Zunge so aufgerollt ist. Und wenn sie hier rausschnellt, ist sie, meine ich, von den Bildern, an die ich mich erinnere, ungefähr, also, länger als der Körper. Ja, ja, die sitzen ja meistens auch weiter weg von den Dingern. Richtig. Mich verwirrt dieses europäische Chameleon. Es gibt europäische Chameleon. Israel. So, wir haben hier eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Das Chameleon ist ein bedächtig lauerndes Reptil. Also, ich weiß, dass es am Mittelmeer Chameleons gibt. Ihre Spitze erinnert an den Greifmechanismus eines Elefantenrüssels. Das Reptil nutzt sie, um die Beute besonders schnell zu schnappen und in ihr Maul zu ziehen. Außerdem ist die Zunge extrem dehnbar und kann sich bis auf das Zweifache seiner Körperlänge erfdecken. Ratsache Scheiß. So ist das Chameleon ein gefährlicher Jäger. Ah, Madeira und Co. Ja gut, stimmt. Das zählt zu Europa. Hm. Aber hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte jetzt eher die Chameleon Richtung Asien gepackt. Nein, nehmt nicht das Fragezeichen. Äh, das Fragezeichen bitte. Dann müssen wir gleich doch die Verkehrsfrage spielen. Nee, da gibt's noch clever. Damit sie größer wirken, damit man keine Klaustrophobie hat und Ausschutz. Gut, dann ist es ja Schutz vor Vandalismus, wenn man sich selber sieht. Dann ist es das. Das klingt für mich total schlüssig. Ich bin für A. Ihr habt A eingeloggt. Ja, wer weiß. Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. In einem verspiegelten Aufzug setzt man sich zwangsläufig mit seinem Spiegelbild auseinander. Die Frisur wird gerichtet, die Kleidung überprüft und wer beschäftigt ist und keine Langeweile verspürt, kommt meist nicht auf die Idee, etwas zu beschädigen. Daher werden Spiegel in Aufzügen bewusst als vorbeugende Maßnahme eingesetzt, um Vandalismus zu verhindern. Das heißt, kein Geld für euch. Es bleibt bei 500 Euro. Hätte ich doch die Frage gekriegt. So, wie machen wir denn weiter hier? Ja, komm, damit mehr glücklich ist. Verkehr. Wer von Blue Ice getroffen wird, sollte a. das Oberdeck verlassen, b. sich den Typ und Zeitpunkt überfliegender Flugzeuge notieren oder c. einen LKW zum sofortigen Anhalten bewegen. Ist das nicht hier dieses Zeug für die Toiletten im Flugzeug? Der Kaffee zum sofortigen Anhalten bewegen. Macht keinen Sinn. Das Oberdeck verlassen. Warum? Also ich meine, Blue Ice ist dieses komische Chemie-Gedöhne da in diesen Flugzeugtoiletten, die die dann irgendwann oben in der Atmosphäre normalerweise rauslassen, sodass das gar nicht auf die Erde trifft. Und wenn man es doch davon getroffen wird, dann war das Flugzeug zu tief. Chat ist auch für B. Finde ich gut. Blue Ice ist der Name für ein extrem seltenes Phänomen. Wer auf klumpen, bläulichen Eises trifft, der sollte den Blick nach oben wenden und sich laut Flughafenverband ADV, Zeitpunkt, Flugzeugtyp und, wenn erkennbar, Fluggesellschaft genau notieren. Ich wüsste nur nicht einmal, was für ein Flugzeugtyp da oben fliegt. Oh, das ist eine Boeing 747. Oh, das ist eine Boeing 747, hab ich erkannt. Foto machen, Riga nie schicken und hoffen, dass sie es schnell identifizieren kann. Ich kann doch noch nicht mal ein Auto auf der Straße, was vorbeifährt. Klar, die identifizieren und sagen, das ist ein Opel. Um vergilbte Wäsche wieder weiß zu bekommen, hilft es, A, ein Brillenputztuch mit in die Waschtrommel zu geben, B, ein paar Tropfen blaue Tinte in das Weichspülerfach zu träufeln, oder C, sie vor dem Waschen zu schleudern. B. Sascha82X, vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow und herzlich willkommen in der Wari-Gang. Ja, so schnell war ich nicht. Ja, sorry. Da gibt es Flugradar-Apps, ja. Nö. Also ja, gibt es aber nö, warum solltest du es nutzen? Genau wie Gany, einfach kein Weiß haben. Ist auch eine Möglichkeit. Ich hoffe, dir geht es gut, X-Sascha82. Ich sage einfach nur noch Sascha. So. Ein Schizo, Johannes. Ja. Was bin ich? Erfindungen. Ach komm, wir nehmen Erfindungen. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem machen. Viel Spaß im Lörg-Exo und danke für deinen Support. Ich wäre jetzt bei C, bei den T-Blättern. Naturfabstoff indisch-gelb. Käfer in den Armpulver gewälzt worden. Dann hätte ich doch einfach das Curry-Pulver schon verwendet. Wozu muss ich da noch Käfer reinmischen? Wie viele Blätter des Mangobaums verzehrt haben. Warum? Mir geht es auch bestens, Sascha. Danke der Nachfrage. Es macht für mich halt keinen Sinn. Also, ich würde auf die Kür tippen. Ich weiß, dass ein... Oh, Batterielistner. Farbstoffe halt... ... auch aus tierischen Ausscheidungen gewonnen wurden früher. Entschuldigung. Ich weiß, dass es rot aus... ... waren, glaube ich, Cochinell-Läuse. Also so eine Art... ... also so Blatthausart. Jaja, das war hier wie im Campari waren früher irgendwelche Läuse drin. Ich meine, dass Käfer in irgendwelchen Curry-Pulver gewälzt wurden, macht für mich keinen Sinn, weil Curry ist ja schon gelb. Da hätte ich ja schon die Farbe. B verbinde ich eher mit Brauntönen. Bleibt für mich die Kuh. Und Indien und Kuh. Also, Reganisch sagt B, es gibt Farben, die aus Harnstoff gewonnen werden. Curry kann gelb sein, aber gibt es auch in Rot und Grün? Ja, das ist richtig. Meine Erleitung wäre halt bei den Teeblättern gewesen hier, wenn du die Teeblätter trocknen lässt. Es gibt ja Tees, die auch gelb werden. Oder wenn du mit dem Teebeutel irgendwie Papier altern möchtest, dann wird das ja auch gelblich. Und du sagst es ja gerade eben selber, würde ich eher mit Brauntönen vergleichen. Wenn ich einen Braun heller mache, kann es auch sehr schnell in einen Gelbton gehen oder gelbstichig sein. Das wäre jetzt so meine Herleitung. Ich verstehe aber auch das mit, es gibt Farben, die aus Harnstoff gewonnen werden. Aber die Frage ist dann halt, warum muss es ausgerechnet der Mangobaum sein? Weiß nicht, weil die Kühe dann vielleicht viel pullern? Oder weil es den Harnstoff dicker macht. Also ich vertraue da wie gar nie. Jetzt muss ich erstmal hier wieder... Ich muss gleich irgendwie die Controller neu connecten. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Moment kurz. Ja, ich kümmere mich drum. Ja. Achso, danke. Das habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Könntest du dich neu verbinden, bitte? Switch Joy-Con, mach doch mal was du sollst. Indisch Gelb war jahrhundertelang ein beliebter Farbton in der Aquarell- und Ölmalerei. Er wurde aus dem getrockneten Urin indischer Kühe hergestellt, die bei reduzierter Flüssigkeitszufuhr mit Mango-Baumblättern gefüttert wurden und folglich intensiv gelb-rötlich gefärbten Urin ausschieden. Chapeau, Origani. In der Handel gelangte das indisch-gelb in Form von großen Kugeln. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts verschwand der Farbstoff aus Tierschutzgründen vom Markt. Ja, war richtige Antwort, das heißt 2.000 Euro. Wenn ich euch bitten darf, müssen wir das nicht. Was hältst du von, was bin ich? Das ist ja totale Lotterie. Was hältst du von am Strand? Ja, da sind wir uns auch einig. Am Strand nehmen wir. Woher stammt das Rauschen, wenn eine Muschel ans Ohr gehalten wird? Von den Umgebungsgeräuschen? B. Vom eigenen Blut, das in den Adern rauscht? B. oder C. von der wärmebedingten Verformung des kalkhaltigen Gehäuses. Das weiß ich. So, ich habe jetzt erstmal den User gemeldet. Ich auch. Sehr gut. Das Rauschen, wenn eine Muschel ans Ohr gehalten wird. Das mit dem Blut. Ja. Das ist richtig, das stimmt. Oh. Hält man die Muschel ans Ohr, wirkt sie wie eine Resonanzkammer. Die aus der Umgebung eindringenden Schallwellen werden von den Wänden des Gehäuses hin und her geworfen und lassen die Luft im Innenraum mitschwingen. Also ich hätte jetzt auch gedacht, das Blut. Aber okay. Dümdümdümdüm. Verursacht wird es also durch Umgebungsgeräusche. Das bleibt bei 500 Euro. Nun, war ja nicht für uns. Wir haben noch vier Kategorien und eine nächste für euch. So. Ich muss tatsächlich einmal kurz die Controller neu connecten. Kleinen Moment. Dadurch, dass die leer gingen. Moment. Ich drücke A. Ja. Ich drücke A. Jetzt aber. Jetzt kann ich total genial nehmen. Total genial, finde ich super. Gegen Hautunreinheiten im Gesicht hilft eine Maske aus A. Vaseline und Crepefruitsaft, B. Margarine und Thunfisch aus der Dose, oder C. Honig und Tomaten. Gegen Hautunreinheiten im Gesicht hilft eine Maske aus Vaseline und Crepefruitsaft. Margarine und Thunfisch aus der Dose. Honig und Tomaten. Ich wäre auch für Honig. Ich weiß, dass Honig eine heilende Wirkung hat. Und Honig ist antibakteriell. Und Honig ist antibakteriell. Ja, so wie gerade wie Garni schreibt. Margarine würde fetten und Thunfisch erst recht und... Das will ich mir gar nicht vorstellen. Vaseline und Crepefruitsaft. Die Säure aus dem Crepefruitsaft wäre doch... Nee, wäre schädlicher. Ich bin ein bisschen für Honig und Tomaten. Für den C. Okay, wir haben C eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Oh, krass, wir sind so. Schon Cleopatra kannte die Wirkung von Honig für zarte und geschmeidige Haut. Er ist außerdem entzündungshemmend und keimabtötend. Tomaten besitzen den Wirkstoff Lykopin und haben ebenfalls eine antibakterielle Beppe. Für die Gesichtsmaske einfach zwei Tomaten kochen, schälen und zerdrücken. Anschließend mit einem Esslöffel Honig vermischen. Die Paste zehn Minuten auf der Haut einwirken lassen und danach mit lauwarmem Wasser abspüren. Also ich würde das nicht machen. Okay. Neuer Betrag auf eurem Konto 2500 Euro. Wir haben noch drei Kategorien. Was hältst du von was bin ich? Nein, nehmt Regenwald. Wir schließen jetzt erstmal das aus. Nehmen wir Insekten? Ja. Dann lass uns die doch einfach nehmen. Nehmt die Insekten, sehr gut. Insekten nehmen wir. Was unternehmen Feuerameisen, um bei Überschwemmungen von einem Baum zum nächsten zu gelangen? A. Bauen ein lebendes Fluss. B. Nutzen Schmetterlinge als Flugobjekte. Oder C. Basteln eine Brücke aus Bambusohren. Was sagst du zu A? Ich fände A echt stark. Ich wäre jetzt irgendwie bei Bauen sich selber so eine Brücke aus Ameisen quasi, aber A fände ich richtig stark. B. B nicht. Also, B ist eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Die Feuerameisen aus dem brasilianischen Regenwald werden regelmäßig von Überschwemmungen heimgesucht. Um den Fluten zu trotzen, haben sie eine Strategie gefunden, von einem Baum zum nächsten zu gelangen. Die Kolonie schließt sich zu einem Floß zusammen. Dabei verhaken sich einige Tiere mit ihren Hinterbeinen und den Mundwerkzeugen ineinander. Die Larven und Puppen haben einen größeren Auftrieb und bilden daher die schwimmende Plattform. Die Königin wird sicher in der Mitte platziert. Stark. Da ist die Natur schon clever. Ich bin bei 500 Euro. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Was bin ich? Bin ich sehr speziell. Wobei können Arnold Dips helfen? A. Rohkost geschmackvoller zu machen. B. Muskeln zu trainieren. Oder C. Die Klangqualität von Kopfhörern zu verbessern. Also, ich habe keine Ahnung. Arnold Dips habe ich noch nie gehört. A. Auch nicht. Muskeln zu trainieren ist wahrscheinlich der Bait wegen Arnold Schwarzenegger. Oder gibt es eine spezielle Übung, die man Dips nennt? Oder Dips? Rohkost geschmackvoller machen. Es gibt Übungen auf Englisch, die man Dips nennt. Okay. Dann nehmen wir das doch mal. Wenn man mich stört irgendwie halt dann... Komm, wir nehmen jetzt B. Mir ist dieser virtuelle Elton sehr ähnlich. Könnte alles sein. Klingt spannend. Ist es auch. Hier steht tatsächlich Arnold Schwarzenegger als Namenspate für diese spezielle Form von Dips. Dabei handelt es sich aber weder um köstliche Soßen, in die man Gemüse tunkt, noch um Kopfhörer-Equipment. Im jungen Jahren trainierte Arnold Schwarzenegger auf dem Weg zum Mösteruniversum seine Armmuskeln mit Armbeugen, die er an einer Flachbank ausführte. Beansprucht werden bei dieser Übung vor allem der untere Teil des großen Brustmuskels, der vordere Teil der Schulter sowie der Trizeps. Okay. Ich sollte auf mein Bauchgefühl vielleicht doch mehr hören. Die letzte Frage vor der großen Masterfrage vom Finale. Regenwald. Woher hat die 24-Stunden-Ameise ihren Namen? A. Sie lebt nur 24 Stunden. B. Sie schläft nie. Oder C. Sticht sie zu, hält der Schmerz 24 Stunden. Wäre B möglich? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Was sagst du zu A? Emotional bin ich dem A gegenüber jetzt irgendwie auch offen. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch A genommen. Hier ist die Lösung. Die 24-Stunden-Ameise ist eine der größten Ameisenarten der Welt. Sie lebt im Regenwald Süd- und Mittelamerikas und wird auch Gewehrkugelameise genannt. Diesen Namen verdankt sie dem starken Gift Poniratoxin, mit dem sie Beutetiere lähmt und sich gegen Angreifer wie Käfer verteidigt. Für die Menschen gilt der Stich als schmerzhaftester Insektenstich überhaupt. Außerdem hält der Schmerz auch eine Weile an, nämlich etwa 24 Stunden. Gut, dass ich da nicht lebe, wo die auftaucht. Wusstest du das, Sascha, oder war das einfach nur geraten? Das Team Bern hat 500 Euro für eurem Konto. Das Team Elton, 3000 Euro für euch. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt... So, wir müssen nichts riskieren. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie ist Politik. Bitte mal jetzt euren Einsatz. Politik. Naja, ich bin da... Vorsichtig. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Hier ist die Masterfrage. Welcher Bundeskanzler hatte die bisher kürzeste Amtszeit? A. Kurt Georg Kiesinger B. Willy Brandt C. Ludwig Erhard Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit. Das Gemeine ist, ich hatte da letztens eine Reportage auf YouTube angeguckt. Ich meine, es war Kiesinger. Weil Kiesinger irgendwie... Es müsste Kiesinger gewesen sein. Schauen wir, was die Teams gesetzt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt. Hallöchen, Airliner. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort A. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort A. Antwort A. Schauen wir auf die Auflösung. Willy Brandt, vier Jahre und sieben Monate. Oktober 1969 bis Mai 1974. Ludwig Erhard oder Kurt Georg Kiesinger. Die kürzeste Amtszeit als Bundeskanzler in Deutschland mit zwei Jahren und zehn Monaten hatte. Es ist... Antwort A. Ja. Ja, Cyber, das stimmt. Das ist wohl wahr. Die sind echt aus der Hölle. Sind auch super synchron. Das heißt, ich habe schon einen Verzug drinne. Und ihr habt ihn dann nochmal. Das ist komplett weird. Wie geht's dir, dein Airliner? Alles gut? Samstag gut? Gestartet? Ja, das stimmt. Heute bei der Weißen Soberz. Vernon Holker hat's den geschmückt. Und es geht los. Herzlich willkommen zu der Weißen Soberz. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und deswegen auch gleich eine spannende Information zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Cristiano Ronaldo nach Ronald Reagan benannt wurde? Nee, dafür müsste mich fußvoll interessieren. So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei wunderbare Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Mit Wildschwein, Cordon Bleu und Enten, Wurst und Hasenbraten und Hirschbraten dazu Rotkraut und Kulspossen. Das klingt lecker. Mhm. Ja, die Leute vertrauen uns, das ist gut, wir dürfen anfangen. Zwölf Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Hier ist unsere Wand. Die zwölf Kategorien heute. Essen und Trinken. Was für mich. Gesundheit. Damals. Wie ticken wir. Clever. Total genial. Sonne, Mond und Sterne. Vögel. Das Fragezeichen. Unter Wasser. Und. Unser Körper. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Was soll eure erste Kategorie sein? Cyber, bist du im Trigger-Modus gerade? Cyber, möchtest du deiner Gastro-Sexualität frönen? Ich nehme die Kategorie und das, was du schreibst, nehme ich. Ist das ein Deal? Ist das ein Deal? Da bin ich doch dabei. Sehr gut. Hallo. Hallo. Cyber. Und Cyber. Hallöchen, Saibi. Guten. Dann spielen wir doch noch essen und trinken. Vorteil daran ist, ich kann das Game muten. Das ist fantastisch. A, Gaffer, nichts anderes als eine Warmhaltelampe. B, Anfasser, nichts anderes als ein Handhub. Oder C, Besorger, nichts anderes als eine Mikrowelle. So, Cyber. Äh, 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 ja. Äh, bei A muss ich aber eher an Gaffer-Tape denken, tatsächlich. Aus irgendwelchen Gründen. Also meine erste Intuition wäre tatsächlich auch A gewesen, dass das quasi so eine Warmhaltelampe ist. Also so eine Rotlichtlampe, mehr oder weniger. Oh, sehr gut, Freaky. Da gucke ich gleich mal im Discord. Ja, und der andere macht halt einen Anfasser, ein Handtuch. Also, Gaffer ist halt so das, was auf jeden Fall raussticht. Könnt ihr euch jetzt meinen Schalt? Lass uns A nehmen, ja. Es passt halt so gar nicht irgendwie zur Bezeichnung irgendwie Gaffer. Ja, wieder, ich bin auch mal im Gaffer-Tape tatsächlich, aber, nun. Ah, jetzt muss ich ja doch wieder laut machen für die Erklärung. Wir haben es eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen es jetzt auf. In der Profiküche muss jeder Griff sitzen und alles muss schnell gehen. Heißere Pfannen greifen oder schnell noch über den Teller wischen. Das alles geschieht mit einem besonderen Geschirrhandtuch. Es hat eine raue Oberfläche, die kaum Hitze durchlässt. Ja, Shad. Da habe ich mich wohl vom Shad banken lassen, Huss. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Was hältst du von was bin ich? Wir schließen jetzt erstmal das aus. Entscheiden wir uns für das Fragezeichen? Ja, da sind wir uns auch einig. Äh, das Fragezeichen bitte. Blutspender müssen in Deutschland... Was? Ist halt für mich, ich habe immer noch mein geiles Essen. Ich habe Schoki. Es ist A, ja. Äh? Ja, nehmt da. Wir werden es sofort überprüfen. Bin ich drüber, bin ich. Und danke Blue Ocean fürs Reinbuttern in die Community-Herausforderungen und auch fürs Abspielen von Chip Aided. Jemandem, der wenig wiegt, unter anderem zu Kreislaufproblemen führen. Aus diesem Grund muss ein Blutspender in Deutschland mindestens 50 Kilogramm wiegen. Hm. Wo ist denn das Ding da? Wo ist denn das Ding da? Wie hast du 500 Euro auf eurem Konto? Es hat gut angefangen. Also, nächste Frage... Und danke auch an dich, Zuckerhase. Und Cyber ebenfalls. Oh, da wird das Emote-Rollett angeschmissen. Hm. Ich nehme mal Clara. Dann nehmen wir Clara. Ich weiß nicht, was mit diesem Roulette heißt. Macht das jetzt genau? A, dunkle Schokolade, B, salzige Gewälder, C, rotes Wein. Das ist... Das postet ein paar Smileys im Bild. Das ist so eine kleine Erweiterung, die ich mal programmiert habe, die aktuell noch testweise drin ist. Okay, und jetzt war es halt Josie. Genau. Wo ist eigentlich die Kleine? Äh, die ist noch im Schlafzimmer, weil Blue noch im Schlafzimmer ist. So, um einen Hustenreiz zu lindern, hilft dunkle Schokolade, salziges Gebäck oder rotes Weingummi? Einfach, weil ich will rotes Weingummi. Aber warum rotes Weingummi? Genau, wie random ist dieses Rot da drin? Naja, aber bei dunkler Schokolade und salziges Gebäck. Hallöchen. Seeküste. Oder? Ich wäre bei Schokolade, weil die Schokolade dann hinten den Gaumen beruhigt. Wahrscheinlich ist es auch, aber ich bin halt, wie gesagt, einfach weil ich es will, weil ich rotes Weingummi liebe. Ich vermute, dass es einfach rotes Weingummi ist, weil wahrscheinlich die meisten das rote Weingummi kennen, es auch am blitesten ist. Mh. Also die Schokolade würde ich mitgehen? Ja. Mh. Ich bin aber auch tatsächlich schon wieder raus. Mh. Wenn wir dann fertig machen. Kein Problem, Hannes. Juhu. Tschau. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Danke fürs Reinkommen. Ja, ich bin ja nachher beim Red, der hat ja ein Spukhaus organisiert. Ich weiß. Das haben wir neulich wegerschreckt. Ja, grüß ihn und mach mir ein paar Fotos. Mach ich. Tschüss. Mach's gut. So. Ähm. Also ich wäre bei dunkler Schokolade. Also salziges Gebäck könnte ich mir eventuell auch noch herleiten. Aber wie denn? Was in welcher Weise... In welcher Salz wird die Speichelproduktion angeregt? Stimmt. Wenn du dann vermehrt schluckst, dass du dadurch den Hustenreiz eventuell beruhigen, also lindern könntest. Stimmt, weil es halt entzieht dem Körper ja Flüssigkeiten durch die Spucke. Ja, holt sich der Körper Flüssigkeit wieder. Ich rach mich gerade auf Seeküste, mich mit Little begrüßt hat. Blumen-Mind-Schokolade schleimt eher. Ist das nicht eher Milch? Aber Schleim ist dann halt ja noch schlimmer. Einfach, ja. Weil steht hier schon Schleim. Aber wegen salzigem Gebäck, wenn du sagst, mehr Spucke und so weiter, hast du das nicht auch bei einem Weingummi? Ja, aber da, warum dann ein rotes Weingummi? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist für mich viel zu spezialisiert. Also, ne? Ich glaube, einfach wegen dieser Beliebtheit. Niemand kennt jetzt grünes Weingummi oder so. Ich glaube, am besten kennt tatsächlich nur rot. Es ist lieber grünes Weingummi. Wir haben herausgefunden, dass der Wirkstoff Theobromin eine hustenlindernde Wirkung hat. Der Stoff ist um mehr als ein Drittel wirksamer, als das in vielen Hustensäften enthaltene Mittel-Codein und weist deutlich weniger Nebenwirkungen auf. Theobromin ist in Schokolade enthalten. Die beste Wirkung hat ungesüßte, dunkle Schokolade. Hm? Ah, das ist doch auch... Habe ich mich belten lassen? Ja, dann ist das schlimm. Wir machen weiter. Unser Körper. Das ist... Genau, selber. Wir nehmen unser Körper. Worauf sollten stillende Mütter achten? A. Leistungssport lässt die Milch sauer werden. B. Saunagänge lassen die Milch eindicken. B. Oder C. Konsum von Süßigkeiten verursacht Karies bei Säuglingen. Ne, dunkle Schokolade besteht zum großen Teil aus Kakaobutter. Nur die Vollmilchschokolade oder Schokolade mit weniger als 50% Kakao ist dann keine dunkle Schokolade mehr. Hier ist die Lösung. Es gibt ja sogar 95% Kakao-haltige Schokolade. Hm. Geht denn da schon Sprintrauch? Bitter. Hierbei entsteht im Blut Milchsäure... Ich bete gerade zu Gott, dass die keine Möpse in die Kamera halten. Ne, haben sie nicht. Das ist der erste Strike incoming. Das kann dazu führen, dass manche Babys vorübergehend die Brust ablehnen. Ganz sehr dank. Das heißt, kein Geld für euch. Es bleibt bei 500 Euro. Okay, das ist ja. Nächste Kategorie. Wie ticken wir? Ticken wir sowas psychologisch? Was trifft US-Forschern zufolge auf Männer zu... Aber damals könnt ihr auch was mit Vergangenheit zu tun haben, da haben wir auch viele Experten hier. A. Sie sind eher bereit, sich zu verschulden. B. Sie ernähren sich wesentlich schlechter. Oder C. Sie sind sparsamer. Uff. Simon nimmt das nur, weil das mit Essen zu tun hat. Das ist deine Gastro-Sexualität. B. Sie sind eher bereit, sich zu verschulden. Zwei Sachen geht es um Geld. B wäre doch eigentlich kontraproduktiv. Aber es ist keiner da, der kocht. Für die Männer. Oh Gott. Oh Gott. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Sind eher bereit, sich zu verschulden, weil sie den Frauen imponieren wollen mit tollen Karren und was weiß ich was? B. Das ist das, was Freaky sagt. B. Ich hab's schon gelesen. Danke, du gehässiges Stück. B. Wobei ich dann eher gesagt hätte, dass die sich halt hauptsächlich von Fast Food ernähren. B. Muss nicht sein. B. Wenn derjenige kochen kann, dann ist es ja... B. Pass auf. B. Ich hatte einen Arbeitskollegen. B. Der hat, äh... B. Immer wenn er Single war, hat er sich wirklich ausschließlich von Fast Food ernährt. B. Mit Freundin wurde dann plötzlich frisch gekocht. B. Und auf, auf... Generell auf Ernährung geachtet. B. Also so ein Motto, Frust fressen. B. Ja. B. Wahrscheinlich eher so... B. Und auch Bequemlichkeit und kein Bock drauf. B. Ich bin allein, so wie soll ich für mich alleine kochen und so ein Scheiß. B. Okay, ja gut, komm. B. Ich bin mir irgendein... B. Nehmen wir uns nicht. B. Wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. 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 B mehr Schulden zu machen als ihre Vergleichskandidaten. Die Begründung der Forscher, um in einer männerdominierten Welt aufzufallen, investiert ein Mann mehr Geld in seine Paarungsversuche. Null Euro auf den Kopf! Ich merke schon, ihr wollt mich baiten. Wie machen wir weiter? Was hältst du von was bin ich? Nun. Das ist ja totale Lotterie. Vögel ist bestimmt spannend. Ich bin dabei. Vögel nehmen wir. Eikol. Bullshit! Der in Neuseeland heimische, sehr seltene Kaka-Po-Papagei A fliegt in der Balz achten in der Luft, B ernährt sich ausschließlich Kaka-Wohnen oder C riecht nach Blumen und Honig. Fällt dir zu B was ein? Das glaube ich nicht. Könnte es A sein? A am wahrscheinlichsten, oder? Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Und hier ist die Lösung. Neuseeland, Heimat des Kaka-Po-Papagei. Leider ist der einzige flugunfähige Papagei der Welt akut vom Aussterben. Oh nein! Zurzeit leben nur noch 123 Kaka-Pos auf raubtierfreien Inseln. Wie kann so ein süßes Tier mit so einem blöden Namen aussterben? Ich habe den Namen nicht ganz gehört. Was machst du nochmal? Kaka-Po! Das ist doch süß! Auch die Federn sind schön. Es bleibt bei 500 Euro. Wir machen weiter nächste Kategorie. Okay. Könnte jetzt mal wieder was kommen, was ich weiß. Um eine Torte besser schneiden zu können, sollte das Messer vorher A. 30 Minuten ins Gefrierfach gelegt werden, B. in heißes Wasser getaucht werden oder C. mit Salz und Essig eingerieben werden. B. Also ich kenne es nur vom Bäcker, dass die das immer in warmes Wasser legen. Ja, B. Damit das nicht dran klebt. Gut, dann nimm mir B. So, wir haben B eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Beim Gefrierfach würde es wahrscheinlich dran kleben bleiben. Wenn meine Torte problemlos schneiden zu können, sollte für jeden Schnitt ein angewärmtes Messer benutzt werden. Dafür vorher Wasser kochen und in den Behälten Uh, wir haben Geld. Durch das warme Messer wird die meist kühle und feste Fettschicht der Tortencreme kurz angewärmt und das Messer kann regelrecht durch die Masse bis zum Tortenboden hindurchgeleitet. Aber warum macht man da die Schokostreuzel so unschön drauf auf diese Bucke? Das hat mich grad 10 von 10 getriggert. Ja. Das ist halt sehr halbherzig. So halbherzig draufgehauen und fertig ist. Ja. So, hier für die Aufnahme. BAM! Ja, sträubeln wir so ein bisschen und... War wahrscheinlich nur so Rasierschaum. Englische Forschung. Wahrscheinlich war es kompetent Dinos Plastik oder nur die Hälften, die nicht angeschnitten wurden. Ja. Sich auf den Mund küssen. Oder C. Die Hände regelmäßig mit Möhren einregen. Sich auf den Mund küssen. Wie stehst du zu A? Es werden Endorphine ausgeschüttet, die den Körper zur Bekämpfung anderer Erreger anregen. Hände waschen ist grundsätzlich total gut, um sich die Krankheiten zu schützen. Ja. Das war ich schon, Lou. Und dann sind die halt sauberer. Und das tötet die Viren ab. Also meine Antwort ist C. Ja, also wir locken C ein. Wir lösen es auf. Es führt keinen Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Das Common Code Center der Universität Cardiff ist auf Erkältungen spezialisiert. Die Forscher fanden heraus, Rhinoviren, also die klassischen Erkältungsviren, nisten sich im oberen Rachenraum ein. Dorthin kommen sie nur über die Nasen, nicht über die Mundschleimhäute. Bei einem Kuss gelangen die Viren in den Magen. Dort werden sie von Säuren unschädlich gemacht. Ein verschnupfter Kuss ist also drin. Keine Ahnung. Möchtest du damit andeuten, Regani, das ist fast schon wie beim Dingspot-Donnerstag? Das nehmen wir. Damals, was bin ich? Sonne, Mond und Sterne oder unter Wasser? Also unter Wasser würde mich ja schon interessieren. Sonne, Mond und Sterne hätte etwas mit Astronomie zu tun, ne? Sehr wahrscheinlich. Astronomie, weiß ich jetzt nicht. Weil Sonne, Mond und Sterne wäre halt was für Cyber. Ja. Ich höre mich auch so halbwegs aus, obwohl ich nicht meine zehnten Tasse bin. Hallo? Hallo? Jetzt. Hallo? Hallo? Hört für mich? Hallo, hallo? Ich nehme die Rede schon, kommt da. Gut, Sonne, Mond und Sterne für Cyber. Alles klar. Pupup! Bein er von der Erde aus gesehen hinter einem Asteroidengürtel liegt oder C, seine Oberfläche eisenhaltig ist. So, Cyberman. B oder A, eins von beiden. Ich bin zu sagen, C. Du musst ein C sein. Ja, ich bin nicht von Cyberman. Ich will was aber bei C mitgehen. C wie Cyber. Ja, das ist der Asteroidengürtel macht komplett gar keinen Sinn. Der ist noch weiter draußen. Und durch schwebende Partikel, das Licht gebrochen wird, ja, ist möglich, aber würde kein, also, würde für mich halt keinen Sinn machen in dem Sinne. Aber wenn das Licht gebrochen wird, dann nötigst du auch welche. Ach komm, wir nehmen. Na, macht C. Wir nehmen C. Gut, dann nehmen wir, dann nehmen wir C. Ihr seid euch alle relativ sicher. Wir haben 500 Euro. Nein. Wir können, wir können pokern. Die Atmosphäre des roten Planeten besteht zu 95% aus Kohlenstoffdioxid. Zu großen Teilen besteht der Planet aus Magnetit. Weil man weiß, dass der Mars und alle anderen Planeten aus gewissen Eisenhaltig die Sachen fehlt. Und da dementsprechend auch Partikel noch bei dem auf dem Planeten sind? Oder vertue ich mich da jetzt komplett? Das ist jetzt schwer. Also, man weiß ja, dass, ich glaube, der irgendein anderer Planeten in die Erde reingekracht hat, aber da ist der Mars und die Erde zusammengekracht. Oder war das der Mond? Ich bin mir nicht sicher. Mond und Erde, also, Wortstufe vom Mond. Es gab mal, also, im Protoplaneten-Status ist die Erde mal mit einem Planeten zusammengecrasht. Oder mit einem Protoplaneten an dem Punkt. Und im Endeffekt, das, was ich glaube, zocker an, du hast es gesagt, dass dadurch, dass der Mond entstanden ist. Der Mond ist entstanden, dadurch, dass ein riesiger Asteroid in die Erde reingeknallt ist und dadurch hat sich halt aus Bruchteilen der Erde der Mond entwickelt, ja. Es war sogar nicht ein Asteroid, es war ein Protoplanet. Das macht einen Unterschied in der Größe. Ja, okay. Entweder war es ein riesiger Asteroid oder, wie du so sagst, es ist schon ein Protoplanet. Wenn ihr nicht schwimmen, käme kein Wasser mit frischem Sauerstoff in ihre Körper und sie würden ertrinken. Das heißt, kein Geld für euch. Es bleibt bei 500 Euro. So, aber jetzt bin ich wirklich weg. Mach's gut. Ja, husch, husch. Tschüss, tschüss. Tschau. Tschau. Tschüss. So, was bin ich oder damals? Ich nehme damals. Nicht unbedingt, aber wir werden es trotzdem machen. Schauen wir mal, was Geschichte so hergibt. Gegen wen wurde 1896 in Großbritannien zum ersten Mal Strafantrag gestellt? Einen Temposünder, der mit 13 Kilometer pro Stunde durch eine Ortschaft fuhr? B. Einen Schwarzfahrer, der in der London auch U-Bahn erwischt wurde? Oder C. Einen Paparazzo, der heimlich Queen Victoria fotografiert? Luki Bass, genau. Also, Paparazzo 1896? War das nicht noch die Zeit, wo man ein Foto nur machen konnte, wenn die Ewigkeiten still waren? Das halte ich halt echt für für zu früh. Einen Temposünder, der mit 13 kmh durch eine Ortschaft fuhr. Einen wunderschönen guten Tag, Dobion Tour. Ja, ich hätte noch einen Joker, den könnten wir verwenden. Ich glaube, der Joker ist halt für so Fragen, die nochmal ordentlich schwer sind. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Vielen lieben Dank, Dobion Tour, für deinen Follow. Fluffy meint, A, weil automatisierte Kutschen mit Dampf. Das könnte hinkommen. Ich schreibe mal eben kurz. Danke für dein Follow und willkommen in der Vari-Gang-Dobby. Hier einmal für dich, die Konfetti-Kanone. Komm hier hin. Komm hier hin, die Kuss hat sich. Hallöchen, R1-Kat1. Ich würde das Publikum befragen, weil es ist die letzte Frage, die wir haben. Das mit den Dampfbetriebenen Kutschen macht schon Sinn. Die U-Bahn gibt es in Großbritannien auch schon unfassbar lang. Ich frag das Publikum. Und danke, Däumedienchen, fürs Durchkehren. ganz kurz auf einmal. So, wen wollt ihr denn? Uff. Zockerhase, dankeschön für deinen Raid. Ja, das ist richtig, Sascha. Die Geschwindigkeit messen stelle ich mir da auch schwierig vor. Gucken wir mal. Das war nicht das Follow. Mein Gott. So. Schreiben ist gerade auch schon wieder schlecht. Es gibt gute. 1226 im riebischen East Peckham der erste Temposünder gefasst, als er mit etwa 13 kmh rücksichtslos durch die Ortschaft rastet. Also Respekt, Fluffy. Du hattest recht. Ich ziehe meinen imaginären Hut. 1500 sind auf eurem Konto. Die sind wahrscheinlich daneben hergelaufen. Das ist bei Mel. Da guckt der Mann bestimmt irgendwie Fernsehen oder so. Wäre B eine Möglichkeit? Also, ich wäre für C. Fände ich geil. Das wäre mein Humor. Das wäre auch meiner. Das sollte ich vielleicht meiner Freundin vorschlagen. Das mit den Zwillingen wäre witziger gewesen. Ja. Hi, Maus. Da kam jemand angerannt. Denn da denkt eine, sie kriegt wieder was. Und du kriegst natürlich was. Ja. Ja, Maus. Sitz. Sitz. Oh, guck mal. Däumelinchen ist in Gönnerlaune. Du kriegst nochmal ein. Damit du das nächste Mal komplett hier ranrennst. Sitz. So, ist fein. Der ist von Däumelinchen. Literatur. Da kenne ich mich gar nicht aus. Kein Problem. Ich auch nicht. Ich habe immer schlecht die Noten an Deutsch. Ich vertraue mir da voll ganz, dass ich einen ganzen Euro setzen werde. Wow. Ja. Wow. Ach, verdammt. In der Physik verwendete Begriff stammt aus einem Roman von James Joyce. Wie konnte Däumelinchen nochmal Snacken-Dose lassen? 20 Sekunden ab jetzt. Ich habe jetzt gerade nichts verstanden. Moment. Ah, nichts war noch das alte. Genau, wir reden über Discord miteinander, Dobby. Ja. Ich habe jetzt Plasma genommen. Ich habe jetzt Plasma genommen. Einfach, weil komplett random. Jetzt ist die Frage, was habt ihr gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. No. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt. Ein Euro ist verdammt viel. Hm. Bei der Kategorie, da brauche ich da brauche ich nicht wirklich irgendwas einsetzen, weil ich da keine Ahnung von habe. Keine Ahnung. So, eine Runde können wir noch. Komm, jetzt gewinnst du. Ich habe ja schon drei Runden gewonnen. Hallo. Gemeinsam sind wir schlau. Genau. Na, 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 na. Darf man nicht mal träumen? Träumen darf man immer. Aber das ist unwahrscheinlich. Genau. Sind wir klug. K, L, M, K. Und Hallöchen. Ich nehme mal an. Dobby on Tour. Wenn du mit quatschen möchtest, ähm, weiter unten im Bereich Streaming kannst du in den Wartebereich Nuss-Nougat-Creme satte 224 Gramm Zucker sind. Dann zieht er nicht rein. Dann muss ich mir passen mit sprechen. Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, unser Publikum hier im Studio. Ah, ist es schon reingezogen. Hallöchen. Hi. Oh, lass mal weg. Mel hat sich erstmal in die stille Treppe verzogen. Also wieder. Hallöchen. Willkommen zurück, Mel. Ja. Ich wollte mal kurz gucken, ob auf der stille Treppe auch gefegt wurde. Ah. Und Hallöchen, Astieriope. Schön, dass du reinschaust. Hallöchen. Und die zwölf Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer Wand. Die Kategorien heute. Mode. Andere Länder, andere Sitten. Wie ticken wir? Aktiv. Was ist denn? Clever. Neuheit. Tierisch, tierisch. Brisant. Straßenverkehr. Total genial. Und Essen und Trinken. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Welche Kategorie soll es denn zu eröffnen sein? So, damit Mel gleich Ruhe gibt, nehmen wir Straßenverkehr. Die Autos von Polizei und Feuerwehr Mir geht es sehr gut, Astieriope. Ich hoffe, die auch. Die Autos von Polizei und Feuerwehr haben seit den 30er Jahren Blaulicht auf dem Dach. Das weiß ich. Weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist. Macht keinen Sinn. Ich finde die Rot-Grün-Blindgeschichte gar nicht verkehrt. Ähm, ich weiß es auch. Was für ein Turnier hattest du denn heute? War das heute so ein Reitturnier? Oder? Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr doch bestimmt lösen. Ähm, und zwar würde ich sagen B, weil es ist einfach für mich Grundwissen. Ähm, blaues Licht scheint nicht so lange. Also, das hat nicht so eine große Ausstrahlung. Wenn es dunkel ist, siehst du es wirklich nicht so weit wie, sagen wir, rotes Licht. Und deswegen nutzen die es vielleicht aus. Das heißt, wenn sie Verfolgungsjagd machen, dann sind jetzt nicht okay, es sind die Kilometer hinter uns, sondern dass sie dann wirklich erstens die Polizisten sind, wenn sie näher kommen. Aber wenn man eine Verfolgungsjagd macht, spielt das Licht nach oben ja gar keine Rolle. Ähm. Alles weiß ich jetzt nicht. Ich wäre jetzt tatsächlich eher wegen der rot-grünen Blindheiten wäre ich jetzt da hingegangen. Weil blaues Glas ist, soweit ich weiß, aktuell unfassbar teuer in der Herstellung. Weil da ein bestimmtes Mineral reingemischt werden muss in die Glasmischung. Boah, ich glaube, die Garni wird mich töten wahrscheinlich, wenn ich jetzt Bullshit labere. Aber Mel, du hast auch gehört, dass du es weißt. Ja, ähm. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir, äh, in der Schule das durchgenommen haben. Und dass es darum ging, dass man vom Flugzeug aus das Blaulicht ab einer gewissen Flughöhe nicht mehr sehen kann. Und deswegen waren im Krieg halt, war es wichtig, dass die Einsatzkräfte sicher äh, zu ihren Einsatzorten konnten. Also. Weil halt dann von, von, äh, ich meine, das ist auch gar nicht so hoch, dass man das Blaulicht nicht mehr sieht. Hm. Dann vertraue ich euch da mal. Also B auf jeden Fall. Okay. Ich wäre bei C, aber... Also, B ist eingeloggt. Wir lösen es auf. Ich glaube, es ist besser, wenn wir dann mehr vertrauen. Ja, das hast du selber gemacht. Ähm, Dobby. Zeichen für Polizei und Feuerwehr eingeführt. Die Farbe Kobalt-Blau. Blau hat die höchste Streuung in der Atmosphäre. Nur bis zu 300 Meter weit sichtbar. Rot und weiß sind noch aus einer Höhe von zwei Kilometern zu sehen. Warte. Das Blau diente tatsächlich der Tarnung und war... Da hast du dich selber gestummt, Dobby. ... in großen Höhen nicht mehr sichtbar. Ja, du bist gestummt. Das heißt, man kann dich nicht hören. Man muss gerne ein Mikro anmachen. Kannst du unten links in der Ecke, da hast du dein Mikrofon-Symbol und deinem Kopfhörer-Symbol. Da kannst du draufklicken, dann bist du nicht mehr gestummt. Du kannst mitreden. Ganz unten links neben deinem Namen und deinem Profilbild. Siehst du das? Neben den Einstellungen. Wir nehmen total genial. Ich glaube auch, dass man erst mal irgendwie das Mikrofon mit hier allem verbinden muss, oder nicht. Das kann sein. Wenn ich... Als ich brandneu war, kann ich jetzt nicht entsprechen, sondern muss erst mal alles verbinden und so und alles auswählen. Das kann auch sein. Wenn du A sagst, ich bin dabei, wir sagen A. Musst du jetzt selbst schauen. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ein Rotweinfleck ist hartnäckig, besonders wenn er schon eingetrocknet ist. Durch eine Kombination von Lösungsmittel und Tensiden kann jetzt Glasreiniger helfen. Den Flick damit einsprühen, bis er vollständig Er alleine wird es definitiv nicht. Und das Kleidungsstück anschließend in der Maschine waschen. Der Farbstoff kann sich so komplett aus dem Stoff lösen. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Jetzt ist er weg. Ich habe ihn gerade nochmal runtergezogen. Ich glaube, er versucht gerade das zum Funktionieren zu bringen. Ist okay. Er hat ja Zeit. Genau. Halber noch 10 Stunden, 12 Minuten. Tja. Nee, Regeln müssen eigentlich nicht angenommen werden. Musstest du ja auch nicht, Airliner. Außerdem musst du höchstens Regeln annehmen, wenn du halt in den Talk reingehst. Wenn du schon im Talk drinne bist, heißt das, dass du die Regeln nicht annehmen musst. Weil die Regeln halten dich nur davon ab, dass du in den Talk kommst. Vom Reden halten dich nicht ab. Auf einfache Weise mehr Saft herauspressen. A. In Alufolie wickeln. B. In dünne Scheiben schneiden. Oder C. In heißes Wasser legen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder mal keine Ahnung. Heute ist echt nicht mein Tag. Jetzt muss ich mich kurz überlegen. Ich versuche ihm mal zu helfen, okay? Kein Problem. Ähm. Das ist Zockerhase. Regani. Ähm. 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 Ich meine auch C, weil dadurch die Poren geöffnet werden, also diese Kammern von der Zitrone. Ich kenne es halt nur so, dass man die Zitrone rollt und dann... Genau, das kenne ich auch. Ähm. Ja, beim Rollen geht es darum, dass du die, äh, richtig, die Kammern innen drin anbrichst. Mhm. Regani ist so besser. Also schließen wir C schon mal auf mit dem C. Ja. Ja, denke ich mal. Hier ist die richtige Antwort. Um mehr Saft aus einer Zitrone zu essen, muss man sie nur etwas erwärmen, oder? Ja, so ist gut. Ich bin halt ein bisschen leiser, aber das ist nicht schlimm. Das kriege ich irgendwann auch immer noch geregelt. Eine Minute. Ich habe das kleine Problem, dass ich jetzt kein Frittus in die Membran in der Zitrone gestocht, die den Saft im Fruchtfleisch in den Chat von Lobby, weil sonst würde ich ein Foto zeigen, wo er es machen kann. Er schreibt ja, dass er, egal wie oft er draufklickt, dass es dann trotzdem nicht funktioniert. Mhm. Ist es in den Einstellungen unten vielleicht, also wenn du auf das Zahnrad klickst, dass es da nicht richtig ausgewählt ist? 1.000 Euro. So. Zaybi versucht gerade zu helfen. Essen und Trinken. Hm? Klingt doch interessant. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Essen und Trinken, bitte. Danke, Anonymous. Danke. A. Stück Rot nach dem Essen, B. Glas Milch beim Essen oder C. Boah, das wird mich so triggern später. Was? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. C vielleicht? Aber das finde ich zum Beispiel gefällt mir gerade äh, Milch. Das müsste die Milch sein. Ich kenne es mit Milch und Schnittlauch. Nee, Petersilie und Milch. Entschuldigung. Wir nehmen einfach C. Ihr sagt C. Kann das wirklich sein? Das wäre für mich auch eigentlich das Einzige, weshalb ich Sinn mache. Hm. Knoblauch, die sich neben Magen und Lunge ausziehen. Also im Grunde ist doch halt... Hallo Dorado. Und auch mal Doppi, wenn du auf die Einstellung gehst, lässt sich noch Fragen und zumindest reduzieren. Wissenschaftler oder Universität Ich hoffe, dir geht es gut. Oder mit mir bei Eingabe-Kanal siehst du dann, wenn da steht nichts, dann musst du das Mikrofon auswählen, was du mit deinem PC schlicht, iPad oder Handy musst du dann da reinfügen und dann kannst du auch bestimmen, wie laut du bist. Mir fällt das auf, dass ich auch viel zu leise bei der Ausgabe bin. So. Die haben Essen und Trinken genommen. Ist das so was ähnliches wie Wer wird Millionär? Jein. Das ist eigentlich eine Fernsehshow, die es im Öffentlich-Rechtlichen gibt und das ist halt das passende Switch-Spiel dazu, wobei Bernhard Hohegger und Elton die Prominenten in den Teams sind und dann ist meistens noch ein anderer Prominenter mit dabei. In dem Moment bin halt ich als Spieler mit dabei und auf der anderen Seite ist eine KI dabei und wir haben hier diese ganzen Kategorien, wo wir Fragen zugestellt kriegen. Ich nehme tierisch-tierisch. Ja, ich nehme tierisch-tierisch. Und die müssen wir halt dann dementsprechend beantworten. Warum ist Elefantenhaut faltig? A. Sie dient zur Kühlung. B. Sie speichert Hitze, um in der kalten Nacht zu wärmen. Oder C. Sie verhindert, dass der Elefant lästige Insekten spürt. Warum ist Elefantenhaut faltig? Sie dient zur Kühlung, sie speichert Hitze oder sie verhindert, dass Elefanten lästige Insekten spürt. Die Haut? Die Haut ist relativ dick, aber hat das was mit den Falten in dem Moment zu tun? Sie deswegen die Insekten nicht spüren? Genau, zur Kühlung nutzen sie die Ohren. Und Fiki, ich weiß nicht, ob die KI prominent ist. Das kann ich dir nicht sagen. Sie speichert Hitze, um in den kalten nicht zu wärmen. ist halt davon abhängig, ob die Haut da auch gut durchblutet ist. Ich könnte mir vorstellen, durch diese ganzen Falten ist die Haut ja eigentlich viel größer. Dadurch kann sie theoretisch, also wäre für mich logisch, dass sie dadurch mehr Wärme abgeben kann und dadurch vor Überhitzung halt schützt, also zur Kühlung. Je größer die Fläche, desto mehr Wärme könnten sie abgeben. Regani sagt auch Oberflächenvergrößerung. Alles klärchen, selber. Viel Spaß beim Läuterstecken. Auf diesen Also die Insekten Es macht für mich halt irgendwie alles irgendwo Sinn und irgendwo auch wieder nicht. Speichert Hitze, um in der kalten Nacht zu wärmen. Inwiefern sollten da die Falten nützlich sein? Weil um die Hitze zu speichern, würde ich eher irgendwie Lufteinschlüsse oder sowas vermuten, damit halt einfach so eine Wärmebrücke da ist, damit die nicht auskühlen. verhindert, dass der Elefant lästig Insekten spürt. Dafür haben Elefanten, Nashörner und so weiter eher Dingensier, Vögel auf dem Rücken. Ja gut, aber dann wäre es ja in dem Moment auch nicht die Hitze. Dann wäre es ja wirklich die Kühlung. Und Offizier Josef Gangl, vielen lieben Dank für dein Follow. Natürlich darf man mir folgen, Dorado, da habe ich kein Problem mit. Wir können jetzt eins nur einloggen, wofür wollen wir uns entscheiden? Ja, da hat der liebe Holy vorhin ist ein bisschen eskaliert und herzlich willkommen in der Vary Gang. Dasselbe gilt natürlich auch dir, Dorado 4444. Naja, er hat ja zweimal zehn Samus verschenkt und dann noch nochmal fünf. Und auch für Dorado 4444 gibt es einmal die Konfetti-Kanone Du fragst zur Sicherheit, weil die Leute auf der Straße dir sagen, du sollst dem nicht folgen. Nein, alles gut. Ich deute das nicht als Stalken, alles gut. Und Gratulation, Däumelinchen, zum hundertsten Mal hast du gefegt. Also ich ihr habt mich überzeugt, also ich würde mitgehen mit Dien zur Kühlung. Es macht Sinn, weil Fell wäre die Hitze speichern und lästige Insekten, dafür haben die den Vogel oder machen Schlammbad oder sowas. Evolution, ich hätte gerne mehr Falten. Also richtige Antwort, 1500 Euro. Nächste Kategorie. Boah, schwere Entscheidung. Ich hätte definitiv mehr Falten. Dann lassen Sie die du einfach nehmen. Wir nehmen Arktis. Geht's jetzt? Scheinbar noch nicht. B wie die Temperatur im Inneren ist oder C wie viele Luft ist immer noch gemutet. Er schreibt gerade. Ich habe es zwar gerade gefunden, aber ich kann da nichts auswählen. Eigentlich habe ich Headset. Das ist schade. Ich habe ja auch Headset. Ich bin gleich wieder bei euch und dann gehe ich mit ihm in einen anderen Channel und dann gucken wir mal. Aber erst gehe ich in eine Kröte schubsen. Jum macht das. Böse Mama hilft dir sofort Thomas. Dann schiebe ich euch in einen separaten Raum. Dann könnt ihr hoffentlich das klären. Genau. Ob das Technikeichhör nicht helfen kann. Das Spiel doch Zahnärzte. Schwierig als gerade. Nee. Das sind halt alle Shows, die gespeichert sind. die dann danach gespielt werden. Und jetzt findet auch gleich dann ein Spielwechsel statt nach dem Durchgang. Wenn wir das durch haben, dann gibt es Planet Zoo. Komm, wir gehen mal auf Neuheit. Laut brasilianischen Forschern können Patienten demnächst beim Zahnarzt selber Brücken einsetzen, b. Strom betäubt werden oder c. Algenfüllungen bekommen. Weil wir schon beim Thema Zahnarzt gerade eben waren im Chat. Dorado, du hast es vorher gesagt. Laut brasilianischen Forschern können Patienten demnächst beim Zahnarzt selber Brücken einsetzen. mit Strom betäubt werden oder Algenfüllungen bekommen. Also, ich glaube, dass B meistens Sinn macht. Einfach mit Strom betäubt werden, Scrabble Code, ich glaube, das war es dann, oder? Ich wäre auch eher bei B. Selber Brücken einsetzen, macht halt wenig Sinn, finde ich. Und bei Algen ist halt die Gefahr, ich weiß nicht, wie fest die dann im Zahn sind, also, die können ja dann glaube ich sehr schnell wieder raus gehen, ne? Boah. Das ist immer eine Sache, wie die dann verschlossen werden, im Endeffekt, was noch dazu gemischt wird. Hm. Ich gehe mit Betäuben. Das macht für mich aus dem mehr Sinn. Bis später, Erliner, mach's gut. Brasilianische Forscher von der Universität von Sao Paolo haben etwas entwickelt, das vielen Menschen künftig die Furcht vom Zahnarzt nehmen könnte. Eine Betäubung von Zähnen und Zahnfleisch nicht mehr durch eine Spritze, sondern vielmehr mit Elektroden, die leicht kribbelnden Strom ausstoßen. Schwacher Gleichstrom öffnet dabei die biologische Variiere, wie das Innere des Zahnfleisches schützt. Das hautgetragene Betäubungsmittel kann so tief unter die Haut einbringen. Ich glaube, muss ich demnächst mal mit meiner Zahnärztin sprechen. So. Rüte erfolgreich vom Balkon geschubst. Legen wir erstmal zurück, denken später drüber nach. Kannst du selber ziehen? Sollen wir jetzt nochmal helfen? Ja, ich kann selber ziehen. Aber das finde ich zum Beispiel gefällt mir gerade total gut. Andere Länder, andere Sitten, bitte. Worauf wird in Timpu, der Hauptstadt von Bhutan, nach einem erfolglosen Test vor Jahren gänzlich verzichtet? A. Zebraschreifen, B. Geschwindigkeitsbegrenzung oder C. Ampeln. Ampeln. Bestimmt Ampeln. Die haben so viel Verkehr, die kommen damit gar nicht klar. Und fahren eh immer über Rot und alles. C. möglicherweise. Persönlich bin gefühlt über den Ampeln. Ähm. Ein Unterwassertunnel, so ein Besuchertunnel oder was meinst du? Schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Können wir gerne versuchen. die Hauptstadt des Himalaya-Königreichs Bhutan und liegt mit ihren 90.000 Einwohnern idyllisch am Fluss Wangchu. Wie in allen Städten gibt es dort Häuser, Straßen und Autos. Das geht. Das haben wir auch schon gemacht, Dorado, dass wir in Teams zu Hause gespielt haben. Also 2-2 oder 1-1. Das geht. Uh, Thomas ist unmuted. Kann auch sprechen. Ja, du kannst sprechen, natürlich. Super. Sehr gut. Ich mach dir mal eben ein bisschen lauter. Hallöchen. Das ist doch gut, dann habt ihr die Probleme beheben können. Ja, das liegt an Windows 11, das merkt das wahrscheinlich nicht. Ah, böses Update. In gewisser Hinsicht ja. Mein Drucker hat nämlich mein PC auch nicht mehr erkannt. Oh Gott, okay, dann warte ich für den Update. die Sommersprossen oder griechische Inseln. Was ist das denn? Das klingt wie irgendeine Krankheit. Ich wäre jetzt bei Sommersprossen. Schon so komplett aus dem Bauch. Es hört sich zwar bekloppt an, aber denk mal über C nach. Kann schon sein. Es hört sich an wie griechische Inseln. Aber irgendwie auch ein verbotes Dopingmittel. Das klingt schon wie so ein medizinisches Mittel, oder? Doping würde ich sogar ausschließen, wenn ich ehrlich bin. Aber bei einem Dopingmittel würde ich wahrscheinlich eher das Ding dann Ephelidien nennen oder irgendwie so. Genau. Genau. Aber das E-N verwirrt mich. Also wenn es eine Insel ist, muss es ja eine Inselgruppe sein, ja. Ich bin bei Regani. Bei Was? Regani schreibt, das ist B, ich habe keine. Und das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, dass es die Sommer Spurken sind. Dass das irgendwie eine Bezeichnung für Hautflecken ist. Ich habe eine Vermutung, warum Regani so gut ist. Vielleicht nutzt er die ganze Zeit Google. Das kann natürlich auch sein. Nein, 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 Regani weiß ganz viel. Die ist auch beim Denksport Donnerstag extrem stark. Stimmt, beim Dedo hat sie ja so Aufgaben genommen, die niemand lösen konnte. Aber aus irgendeinem Grund nur sie diese Aufgaben wusste. Nur sie. Es ist schön komisch, ja. Sie hätten allgemein Wissen wie ein Atlas. Ja. Wie ein Prokos Lexikon oder was. Ja. Ja, Regani, komm doch einfach dazu und erklär uns Zeugs. Ja, aber ich glaube, es ist besser, wenn Regani es uns erklärt, anstatt diese Show. Aber Funfact, Regani, das ist jetzt quasi schon die letzte Runde, ne? Das ist tatsächlich B, ne? Das sind die Sommersprossen. Aber Regani, sei nicht traurig, ich habe auch keine Sommersprossen. Ich auch nicht. Vahri hat auch keine vermutlich zumindest zu erkennen. Nö, habe ich auch nicht. Ich bin auch froh drum. Also mir sind die welche aufgefallen. Aber ganz ehrlich, Vahri kann ich mir mit Sommersprossen nicht vorstellen. Dann geht mein Eltenlook flöten. Ja. Augenstarren. A, bekommen sie Appetit auf ein Steak. B, nehmen sie Farben und Töne anders wahr. Oder C, nicken sie unwillkürlich ein. Was sagst du zu A? Ich würde C sagen. Das wäre zu einfach. Fällt dir zu B was ein? Das glaube ich nicht. Sagt dir C etwas? Also C stimmt auf jeden Fall. Ich nehme C. Regani, was sagst du dazu? Mach in Ruhe Regani. Das fanden britische Forscher 2015 heraus. berichteten psychisch völlig gesunde Menschen bei einem Versuch, dass dieser Moment völlig eingesogen hätte. Einige Namen Farben weniger intensiv und Töne lauter beziehungsweise leiser war schlafen sich berauscht verloren jegliches Zeitgefühl und hatten teilweise sogar Halluzinationen. Eicha. Okay. Große Elefanten. Und ich habe noch Rotschrech B gesagt. Oh Scheiße. Ah. So, brich sie an. Irgendein Gossip. wollte Angela Merkel werden, als sie noch ein Kind war? Oh Shit. Eiskunstläuferin wie Sterneköchin oder C Astronautin. Ach, du Scheiße. Eiskunstläuferin? Nee, die Sicherheit. Ich würde Astronautin sagen, weil sie Physik gelernt hat. Sie hat Physik studiert, ne? Ja, genau, sie hat das studiert. Genau. Da bin ich mir relativ sicher. Ich komme aus dem Osten, ich sollte das wissen. Falls jemand von euch die östlichste Stadt Deutschlands kennt. Nein. Bei denen in der DDR sportlichen Sichtungsverfahren fiel sie in allen Sportarten durch. Als Kind empfand sie dies als sehr schade. In einem Interview aus dem Jahr 2004 sagte sie früher gerne Eiskunstläuferin dann bitte was? Das kann ich mir bei der gar nicht vorstellen. Nee. Das ist ja mal böse. Wer hat das denn Fragen? Da fragst du mich echt so. Wo kommen die denn her? Ja. Als der Minirock in den 90 Jahren erfunden wurde. was hältst du von B? Warte mal. Ich glaube das war tatsächlich B. So bescheuert wie es sich anhört. Ich finde A geil. Nee. Wir müssen das Steuersystem ändern. Da ist zu wenig Stoff dran. Das müssen wir irgendwie anders besteuern. Oder da ist zu wenig Stoff dran. Da muss mehr Steuert drauf. Steuersystem gar nicht so doof ist. Dass das Steuersystem wirklich darauf fußt auf eine Länge Und Rado hat einen Trauma fürs Leben. Was los macht? Aber der Buch von Rigani ist noch besser. Von Eiskunstlauf zur Bundeskanzlerin knapp dasselbe. Geh ich nah dran. Ja. Na? Mäuschen du willst jetzt wirklich hier auf den Schoß du möchtest doch nur wieder Leckerchen ergaunern. Aber er ist krank. So jetzt wird wieder gejammert. Ne sie darf wieder einen Snack kriegen. Ach guck mal Maus du kriegst den Snack. Luffy hat Mitleid mit dir. Tatsächliche Steuersystem den Aha. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. So. Jetzt musst du clever setzen. Das ist nicht mal enger. Ja. so jetzt gibt's erstmal Josie Cam. Und die Leckerchen mache ich mal wieder zu. Uah. Das ist eng beieinander ne. Geografie. Das geht ja. Okay da bin ich raus. Ich nicht. Da bin ich dabei. raus. Da bin ich dabei. Okay. Mal gucken was für ne Frage kommt. Mhm. Ich muss vorher setzen. Nimm mal B. Wenn ich 1250 setze dann Wir können mit Paukentrompeten runtergehen. habe heute die ganze Zeit nicht gezockt. Jetzt zocke ich einfach Okay. Dann alles oder nix. Genau. Ja. Welches dieser Länders Ja. Danke. Moment. Muss ich jetzt gucken. Slowakei grenzt dran. Slowenien Ah. Es müsste Slowenien sein. Ja. Ah. Weil Kroatien ist ganz oben. Jugoslawien das grenzt unten an Österreich. Slowakei grenzt rechts an Österreich. Slowenien ist es nicht. Ich meine auch das ist A gewesen. Können sie es nicht einfacher machen und China reinbacken? Schön wär's. Riga nie sagt Slowenien ist südlich von Österreich und wir auf die und jetzt ist B komm schon zur richtigen Antwort Österreich grenzt an acht Nachbarländer machen was kurz Österreich grenzt nicht an Kroatien Ja läuft im Zweifelsfall immer das was Riga nie sagt Ich möchte anmerken wir haben nicht verloren die die beide bei null genau wie war das dann gibt es nochmal eine frage glaube ich eigentlich in der show würde dann nochmal eine frage kommen mit einem euro oder so aber das war die letzte der letzte durchgang mit dem spiel Das muss ich mal hier kurz oben bauen Game Planet Zoo So Ich verkrümel mich aber eben in den Lörk Ich muss jetzt meiner Tochter die Haare nochmal orange färben Ach du heilige Scheiße Mach das Ich drück die Daumen dass alles gut wird Ja wird schon Zur Not haben wir Rot das färben wir dann einfach drüber Genau So dann ändern wir das auch einmal um Hier einmal kurz um bauen Bis mein PC sich hier einkriegt Ich habe hier gerade drei schwarz blinkende Bildschirme Doch Rado Ich gehe mal sehr stark von aus Du schreibst vom Handy aus Der Schreier war jetzt wegen Bundesliga Ich verfolge nebenbei Bundesliga im Live Ticker Alles gut Alles gut Ich besitze nicht alle Anwälte von Planet Zoo Was schnüffelst du denn jetzt mal auf Und DLCs bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher ob ich andere habe Was schnüffelst du gerade so Was ist in deine Nase gekommen Ja Die Maus ist süß Ja ist süß Und sie hat auch ihren eigenen Emotes So ich hatte einen Sandbox Zoo eigentlich vorbereitet gehabt den es natürlich nicht gespeichert hat Ja 5 6 9 Tore in der ersten Halbzeit ins Gesamten Ja Warum nicht Ja nicht schlecht Aber in Lebergrüßen ist noch gar keins gefallen So Däumelinchen du wolltest eine Unterwasser Unterführung oder also so ein Tunnelding also ein Pinguingehege mit einem Tauchding oder was genau meinst du Moment ich muss mir kurz den Hund entknuddeln Maus du hängst noch mit einer Töte in den Kabel Maus nicht springen jetzt spring nicht du hast dich verheddert Maude vertrau mir doch einfach mal jetzt jetzt darfst du Kabel ist los jetzt darfst du jetzt willst du nicht mehr du bist mir eine so und noch ein Snack gibt es für dich Maus damit sich der ganze Trubel auch gelohnt hat der ist von Asteroope hier lecker schmatz so wo ich fange so so also ähm Däumelinchen war das ein Pinguin Gehege und da sollen die unten durch schwimmen richtig äh Pinguin Gehege wo Besucher drunter durchlaufen und die tauchenden Pinguine sehen können das gibt was ja ja okay gut verstehe ich glaube ich so ich würde mich mal verabschieden alles klärchen dann vielen lieben Dank dass du mit dabei warst und ich wünsche dir noch ein schönes Restwochenende dann so ich auch je nachdem mach's gut tschüss ciao so Hallöchen liebe Insel schön dass du reinschaust ich hoffe dir geht's gut immer gespannt ob ich das überhaupt in den zwei Stunden einigermaßen schick hin kriege ich hab schon so lange kein Planet Zoom mehr gespielt und viel Spaß im Lack so Wege Kowalski Analyse recht hast dumme so hier war die Aufgabenstellung Pinguin Gehege wo Besucher drunter durchlaufen können und die tauchenden Pinguine sehen genau ok durchlaufen können gut so fahren solltest drunter genau machen wir das hier mal ein bisschen größer ich mach das jetzt erstmal unfassbar hässlich kann nur besser werden genau erstmal das grobe abstecken aber die Kamerasteuerung ist ja auch gerade mal 10 von 10 nervig bei dem Spiel kann ich nicht groß mitreden weil ich das noch nie gesehen hab ist ja nicht schlimm also das ist halt ein Simulationsspiel wo du normalerweise einen Zoo verwalten musst was ja eigentlich so meins ist Tiergehege bauen du kannst die so unfassbar geil einrichten also es gibt also wenn du die Sims 4 zum Beispiel kennst ist ein scheiß dagegen es gibt hier so viele Einstellungsmöglichkeiten und hast du nicht gesehen du kannst quasi alles dekorieren so das war jetzt der Bauzaun oder was das war jetzt erstmal das Gehege genau ahja so da packen wir noch eben schnell eine Tür rein ja damit die Leute durch können ne damit die Wärter damit die Wärter erstmal in den in das Gehege können so wie mach ich das jetzt am geschicktesten brauch doch da einen Tunnel hin dass du nach unten kommst ja ich überlege gerade wie ich es machen muss damit wie ich es machen kann das ist als Gehege zählt und als Weg weil das ist die knifflige Aufgabe da dran ach so das ist Glas das ist Einweg Spierglas die Dimension habe ich ein bisschen unterschätzt muss ich gestehen kommt jetzt nicht was besser da würde es sogar noch ein bisschen weiter runter gehen mit der Lern eher hoch ich müsste eher hoch es stimmt dass du so die Schräge hast meinst du ne ne wie hoch ist denn dieser Zaun gerade es gehört doch hier mal ich habe das definitiv schon nicht mehr gespielt daran merkt man die Höhe geht jetzt von wo aus von Grund ah jetzt ah okay gut die Ansicht hatte ich gesucht weil das sind nämlich zwei Meter hohe Zäune hier schon deswegen habe ich ein bisschen die Proportion jetzt gerade verloren aber es ist nicht schlimm ich brauche ich brauche hier mal so ein Stempel Stempel ich muss jetzt einmal auf die Höhe wieder kommen sieht zwar komisch aus aber naja ich sage jetzt nicht was ich denke in dem Moment nö alles gut das 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 wird jetzt noch ein bisschen länger so bleiben dass das so komisch aussieht äh das sieht gut aus Däumelinchen das sieht gut aus so 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 aber hier ich muss das und das entfernen du bist im Wartebereich ja warte dann ziehe ich dich doch mal eben einmal runter Hallöchen Däumelinchen Hallöchen so jetzt kann ich dich erstmal hier leiser machen das kann ich hier gucken Gelände ist zu unend sondern unplanieren das ist richtig wir wollen Tunnel und wir wollen Gelände abflächen ja ja Reganivari ist beschäftigt weil ich hab ihm jetzt die Aufgabe gegeben mit der ich seit Wochen kämpfe ach du ach so jetzt kommt's raus aha ja ich spiel ja nur wegen ihm dieses Spiel ja das ist richtig wenn ich irgendwas erklären soll was ich jetzt gerade in meinem geistigen Hirn nicht hinkriege ich hab dich echt total gern willst du nicht wieder gehen oh ich bin doch im Sandkasten Modus geh mir jetzt nicht mit Regen auf den Keks das passt ja wie Arsch auf Eimer oder ja schon wird das Pinguin Gehege automatisch gefüllt ich muss jetzt mal schimpfen Ausdruck du bist neu hier das war jetzt eine Erlaubnis aber Ausdruck bei uns gibt es keine bösen Wörter ach okay so was da was da warum ach da so dann gehen wir mal hier unten rein lass dich jetzt mal machen und erzähl dir hinterher was ich gemacht habe und was nicht funktioniert hat oder wie du möchtest oh ich muss noch ein bisschen weiter runter okay die kamerasteuerung ist da immer so krebelig ich habe schon wieder vergessen die Richtung ich jetzt gleich muss wenn du gassi gehst nimm bitte leer mit ja macht nix jetzt haben wir eigentlich schon mal den Grundstock geschaffen ja das sieht ja schon mal nicht schlecht aus die zielsetzung war ja eigentlich dass das durchsichtig ist dass du da jetzt das Tunnel hast ja und dass die Pinguine auch oben drüber schwimmen können wäre das eigentlich schon fast noch zu hoch oder wenn ich jetzt vom Zaun ausgehe äh ja das heißt ich muss die ganzen Barrieren nochmal weg machen und das Gelände drumrum einmal erhöhen genau was hast du denn oder wie hast du das denn versucht Däumelinchen ich hab auch erstmal natürlich ein Loch ausgehoben und hab dann auch einen Tunnel weg durch und auch dass innen drin nochmal Treppen sind dass du überhaupt reinkommst ähm und hab aber den Tunnel auch von weiter weg angesetzt sodass du wirklich schon weiter weg schon unter die Erde gehst und hab mir dann im Baumodus hast du so ich weiß nicht genau wie man das nennt so Art Dächer wobei es sind keine Dächer ich hab den Fachbegriff nicht gebogenes Glas sage ich jetzt mal was du so weit runter ziehst dass du es links und rechts hinstellen kannst und mit Steinen verschönern kannst so in der Art genau aber ich konnte halt dann kein Wasser mehr dran setzen also das Wasser hat er mir dann nicht mehr gegeben das hat er dann blockiert weil ja angeblich ein Weg da ist wenn ich mir das aber auf YouTube angeschaut hat es immer funktioniert also egal was ich gemacht habe es war falsch und dann dachte ich ich gehe mit mit meines vertrauens und gebe die Ausgabe es ist doch mal ein Kompliment oder ja ist auch gemein so ein bisschen aber es ist okay ich bin nie gemein wie du weißt und das nicht zu dir nur zu Blue das stimmt naja zu Blue darf man noch gemeinsam ja der ist ja auch immer gemeint zu mir nein jemand anderes darf Blue nicht ärgern da bin ich dann strikt dagegen ach so das darf nur ich halte ich für ein Gerücht ja und war ich war ja noch weil die sind ja zusammen da kann ich nicht verbieten aber ich wollte grad sagen ich ich mache das real richtig ja aber mit dir so zusammen da ist die liebe wieder dabei das ist aber wenn ich dabei bin und Blue wird geärgert halte ich zum Blue er ist halt mein bester Freund halt ich halt zu ihm auch wenn er mir jedes mal in rücken fällt und wenn du zum McDonalds fährst ich will auch was ja ich nehme big bestie ja dann lass mir halt was mit liefern hallo kannst du her schicken ist jetzt nicht soweit oder unterbricht gelände hallo mokarad ja ich glaube auch dass es so passiert es muss kein schönheitspreis gewinnen nein aber wenn du es bekommst dann kann ich mir abschauen wie du es gemacht hast und kann es das nächste mal auch machen und wenn ich da nicht hinkriegt dann rufe ich dich an egal egal ob du um arbeiten bist oder nicht und dann musst du mit mir quatschen ja wie geht es dir mokrater und schön dass du rein schaust und nein ich werde meine besucher nicht ersaufen lassen ertränken das ist das wort was ich gesucht habe ja mein menschen hier unterstellt mir hier dinge so da unten drunter ist du soweit es geht okay ist hier denn alles zu nein bis jetzt nicht du sagst nicht dass ich das mit absicht mache ja gut dann stimmt möchte ich nichts gesagt haben so theoretisch ist doch jetzt erstmal alles zu und ich könnte hier wasser reinsetzen oder okay die treppe nicht noch irgendwie ins wasser ja punkt für dich du hast recht lässt sich alles noch anpassen also ich weiß nicht wie lange meine stimme mitmacht aber so lange bin ich gerne da alles gut du klingst auf jeden fall schon mal besser wie noch vor tagen ja mir geht es auch um welten besser als vor tagen das ist sehr gut ach da ist noch eine lücke ja 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 ziemlich krank sogar so melde gehorsamst der tunnel ist da wasser ist da tunnel ist da das ist die maximale höhe weil ich es hier noch nicht höher gezogen habe das hört sich nicht gut an der meldingen ach man lebt naja sag ich auch immer lungenentzündung kenne ich das ist alles andere als angenehm ich habe schöneres oh du siehst das falsch sag dir einfach es gibt schlimmeres das stimmt aber siehst du däumelinchen wie es in den grundzügen funktioniert ja ich verstehe auch was du was der was die idee dahinter ist und bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch warum weil ich nicht auf diese idee kam und ich bin gerade im überlegen ob ich dich mag oder hassen soll das kann ich dir nicht beantworten meine liebe du kennst die antwort ja hassen naja so wie immer genau das ist die gesunde abscheu genau deswegen bin ich auch da ja ja du weißt auch menschen die ich mag den gehe ich aus dem weg das ist richtig ah guck mal da klatscht sogar der blue schon für ey blue hat gelernt immer applaudiert sei stolz auf ihn nein er hat geklatscht das war kein applaus er hat nur einmal klatsch gemacht ja aber auch das er hat gelernt andere können das mit den flossen nicht naja ist das jetzt der moment wo ich irgendwo ein fisch herziehen müsste nee einfach nur ein bisschen stolz auf ihn sein ok ich glaube er mag mich nicht mehr ich glaube er hört gar nicht zu das ist standard so das war der erste streich der zweite folgt zugleich so und da stellt sich jetzt immer die frage wie kommen die mitarbeiter ins gehege schwimmen genau sie kriegen einfach quietsche entchen ey du froh dass ich nicht singen kann da bin ich so ein bisschen jetzt müsstest du praktisch bloß noch die wände durchsichtig kriegen die ich die aufgabenstellung richtig im kopf hab genau so wie gesagt im baumodus gibt es so kuppeln aber wie das genau funktioniert i don't know ja kuppeln sind da der falsche weg denke ich nämlich auch aber ich weiß halt nicht was alles für optionen sind unendlich du hast in diesem spiel alle möglichkeiten offen du musst sie nur nutzen und selber drauf kommen ich ähm guck ja beim barri und auch bei einem anderen streamer regelmäßig dieses spiel zu und du kannst alles also was die teilweise bauen ich spiele spiel seit kurzem und es ist so krass was du alles machen kannst ich dachte immer ich dachte immer bei sims kannst du viel machen dachte ich echt immer bei sims kannst du viel machen aber sims ist dagegen absolut langweilig ja wie gesagt ich hab das spiel noch nie gesehen ich sehe das heute das erste mal ja wenn man kreativ ist dann kann ich dieses spiel echt nur empfehlen wenn man aber so wie ich keine geduld hat ist dieses spiel schon fast voll da lass mich raten das gibt es bei stream das spiel äh steam meine ich steam genau ja da würde ich aber immer auf sales warten die sind regelmäßig im sale ja ich auch die sind schon sehr teuer ich hab noch nie für das spiel Geld ausgegeben Riga nie was meinst du mit sims ist wenig du hast in sims auch also du hast in sims auch richtig richtig krasse ähm möglichkeiten du hast wenn man weiß wie man ansetzen muss ich komm hier gerade nicht mehr raus ach so Blue hört zu aber ignoriert alles solange du nicht gesagt hast was du von McDonalds haben möchtest Schleichwerbung was soll ich sagen ich glaube Blue hat Hunger deswegen naja da ich am streamen bin werde ich nicht während dem stream essen von dem her ist da eigentlich mein mein ein Grund vorhanden einen Essenswunsch zu äußern wenn ich ehrlich bin und im Zweifel das was Riga nie geschrieben hat dasselbe wie du aber ich weiß was er will und nee haben die denn noch das was ich das letzte mal gegessen habe in meine Hase Moment guck mir ne da wollte ich jetzt nicht hin ach so halt ich bin im falschen Grauser äh so ja ist ja gut wie fühlt sich jetzt dein Hintern Wari wesentlich besser wesentlich besser eingebettet mhm es ist ein Vergnügen auf dem Stuhl zu sitzen das ist gut besser als die ganze Zeit stehen ja oder so wie die letzten Tage auf dem Küchenstuhl ja das wird dann ein bisschen hart auf dem Steiß ja muss ich jetzt echt vorlesen blue ich würde dir gerne in den Menü bestellen mit dem ich lese gerade und du weißt nicht welchen Tipp dazu das ist traurig das ist schöner weg also ich sag mal so ihr könnt alle abstinken mit euren stühlen weil meiner wird der teuerste sein und der bequemste das stimmt und ich ja mal schon rum weil mein Stuhl 400 Euro fast gekostet hat ja ja hör auf ich hab ähm mit der Krankenkasse gestern erst gestern Freitag ja erst diskutiert ähm ich möchte ja neuer Arm lehnen und ne Tasche dazu ähm die Tasche zahlt die Krankenkasse nicht und jetzt meinte ich ja gut vielleicht zahle ich die selber wie teuer ist denn jetzt für ne kleine Tasche die ist kleiner als meine Handtasche und nur weil sie von dem Sanitätshaus kommt würde ich 95 Euro zahlen das hört sich ganz nach AOK an nein das ist echt heavy wo ich glaube okay dann verzichte ich auf die Tasche und muss halt mir selber was bauen weil ich will mir auch so einen Becherhalter dazu anbauen und bin ja immer noch dabei dass ich den Motor tunen möchte mal gucken das wird alles sehr weird hier das sieht aber jetzt schon in Welten besser aus als meins hab ich hier warte ich hab hier zeigte mir das nicht anders dann dass da ein Zaum ist weil Erde drüber ist ne auf der anderen Seite stilisiert er mir das ja auch das hab ich jetzt gerade echt verwundert ja jetzt macht das aber ne jetzt zeigt das mir wieder nicht ab ne es ist merkwürdig dieses Spiel hier hm warum ist das hier so niedrig ein Meter hoch schlechtes gewissen hätte ich dir die idee über whatsapp schreiben sollen für die nächsten tage und ich würde in zwölf stunden stream auch alles gut nö ich hab ja gesagt ich hätte gerne eine eine challenge von daher alles fein nö ich hab ja gesagt ich hätte gerne eine eine challenge von daher alles fein nö ich hätte gerne zwei cheeseburger ähm chicken nugget burger und chicken nuggets nö ich hätte noch nö ich hätte gerne ein 58 minuten sind gespielt nö da kommt da kommt aber jetzt mal ganz ein anderes Thema ja meine frau hat meine frau hat ihr wisst ja morgen ist halloween ja so und meine frau hat sich einen kleinen gag für meine schwester einfallen lassen mhm sie hat rosenkohl gekocht mhm so den rosenkohl aufgespießt mhm auf scharschlägespieße ja der schokoladetraum mhm mir wird schlecht mir würdet da auch schlecht werden weil ein rosen mit rosenkohl kann man nicht jagen der arme rosenkohl ich liebe rosenkohl nicht nö aber ich sehe es es ist gesunde ernährung genau mokrater da hast du definitiv recht ja aber wie reißt ja nicht umsonst halloween ist für scherze bekannt ne ah wir haben aber eine sehr scharfe soße also für mich sind die sehr scharf da schaffe ich genau ein und dann brennt mir der ganze mund und trinkst die milch dazu das bindet die schärfe ja bitte auch da bin ich nicht dabei wenn ich mir gut da gibt es danach ein bisschen brot und gut ist oder das ja am besten weißbrot das bindet auf jeden fall am besten ja kommen noch aus nordafrika schärfe ist bekannt und was dagegen hilft auch nur das ist nicht mehr vertrag ist schade warum macht er das hier nicht so warum nimmt er das hier nicht an ah jetzt das ist ein gefrickel hier da wünsche ich dir echt viel spaß däumelinchen wenn du das nachmachen willst ich werde definitiv und off stream machen weil wenn ich anfangen zu fluchen ich kenne mich nichts was dann gegen dich verwendet werden kann richtig und er kennt mich nicht fluchende deswegen das mache ich definitiv nicht anstehen wobei schlimmer als oh mein gott gibt es ja bei mir nicht dann geht es ja noch so spiel lass mich da wieder abtauchen danke ja gut ich gehe mal geschwind zur pneumoprophylaxe bis gleich ich könnte mir vorstellen dass es gleich probleme geben wird weil ich ja irgendwie die die sachen hier weg machen muss wieder diese steinfassade ich muss ja auf der anderen seite war sie ja genau das ist der gedanke war dass da wasser hinkommt aber du musst es ja oben drauf dicht haben wie mokra mokra tor ich weiß nicht ob ich es richtig aussprechen so physikalisch ist es nicht richtig was hier gerade passiert ich höre die dichtung rein ob blende zu das will ist die frage ja das ist die frage ich würde jetzt gerade gerne erst mal auftauchen wollen ihr spiel lass mich hoch also theoretisch müsste ich hier das wasser durchlaufen weil hier ist es nicht nicht dicht theoretisch während da wasser drin ist darf ich wahrscheinlich nicht hier genau das gelände bearbeiten läuft das heißt ich muss jetzt hier wirklich dieses doofen loch rein und hoffen dass ich mit der kamera führung hier nicht komplett aus dem ruder laufe das problem schon mal es sperrt die szenerie hier die spielphysik ist in dem spiel manchmal echt das ist echt weird warum sind ersatzteile eigentlich nie vorrätig da ist die ersatzteil-mafia halt einfach dahinter regani die haben sich alle abgesprochen und drücken die zahlen künstlich nach unten damit damit man immer unfassbar viel geld zahlen muss und nie das kriegt was man braucht alles gut mel wir werden es hinkriegen und wenn es das letzte ist was ich in dem zwölf stunden stream mit planet zu mache es ist mir egal zwei stunden ist deadline eine stunde haben wir noch das zählt nicht bitte ich melde es zählt nicht ich weiß wenn du meinst ok ich habe nicht aber es ist ok nein den habe ich nämlich auch schon nachgefragt und er hat gesagt wenn ich nicht hinbekommen soll ich mich melden aber bevor ich mich ihn frage frage ich halt den vari hier ich will lieber ein foto von deiner tochter ihrem kopf ach so entschuldigung das habe ich jetzt war in meinem hirn nicht mehr angekommen orangene haare wie pipi langschrumpf das ist jetzt wieder in meinem kopf angekommen das ist ja ja und pipi langschrumpf ist doch bei mir dermaßen ganz oben vielen lieben dank übrigens würde ich mal festhalten ich bin heute glaube ich zum dritten mal bei dir im stream mit drin das dritte mal schon mhm ich wäre jetzt bei weniger gewesen muss ich gestehen ich hätte jetzt das zweite mal gedacht aber ok ist ja nicht wertend um gottes willen verstehe das jetzt nicht falsch nein überhaupt nicht wo du ja mal sagt es ich war bei dir noch nie doch jetzt sogar dreimal die farbe ist mega willkommen zurück willkommen zurück übrigens zur erklärung wenn jemand den begriff nicht kennt pneumoprophylaxe das heißt wenn ich eine rauchen gehe ok den spruch hat man die hat mir meine krankenschwester gesagt habe ich auch so gedacht das ist ja nicht geigenhumor bei uns schubst man kröten genau ok willkommen zurück mel du bist ganz schön laut ist immer so nebenbei gesagt in berlin fallen ganz schön viele toren nein das gibt es nicht mehr nur noch kröten es ist halloween ich habe die tauben alle in kröten verwandelt regani aus gründen und wir haben leider den umkehr zauber verloren ja jetzt müssen sie kröten bleiben so gelände oder einhörner doch keine einhörner doch die verlieren kein blut sondern klitzer nein aber ich mag klopfen ihr bei den falschen fragen am dedo fange ich doch an zu glitzern reicht das nicht nicht nein nein wer hat das zweite tor gemacht oh kurzer check ab ob das noch immer geht nein ich bin keine einhörnmörderin ja auch keiner gesagt doch ja nein ich bin keine einhörnmörderin ach so jetzt lese ich das ja 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 müssen wir reden also ich bin mir ziemlich sicher dass du in einem bett schlägst nein also mir ist es nicht bekannt dass es in krankenhäusern muss schein liegt aber ich weiß ja nicht in welchen krankenhäusern du lebst also ich lebe zu hause in einer wohnung nicht in einem krankenhaus ja ich war letztens der sohn meiner freundin da und hatte den rollstuhl ganz interessiert beobachtet und als sie gehen wollten hat seine mama zu ihm gemeint wir müssen jetzt nach hause weil du musst ins bett und dann guckt er mich ganz erstaunt an hast du richtig gesehen er überlegt er überlegt wenn ich ne was denkst du wie kommst du ins bett geht der rollstuhl auch mit dir ins bett so süß ja wenn sie klein sind können sie echt niedlich sein aber warte ab die werden größer und dann werden es germany's next top terrorist nicht stört ja ich hab dann gemeint ja nein ich stehe auf und setze mich um und drehe mich um und setze mich ins bett und dann lege ich mich hin so wie du du kannst nicht stehen nicht doch ich kann stehen warum hast du da so einen coolen stuhl ok alles gleich ich gebe es auf ja wenn man mit den eigenen waffen geschlagen wird ja eindeutig das ist denn blöd ne ja aber der ist so süß wir waren unterwegs und dann ist er vorgerannt und kam zurück und meinte mama können wir da hin das sind Tretboote und Enten ja wir können da hin wir laufen da lang ja ich muss noch einen weg finden wieso musst du einen weg finden da sind Treppen da kann sie doch nicht mit ja aber da merkt man auch einfach mal wieder dass Kinder viel viel mehr wahrnehmen als man denkt oh ja er hat sich auch überlegt wie ich bei denen ins Auto passen der Papa muss den Rollstuhl einfach tragen das Bild von den Haaren ist das jetzt eher Community-Bilder oder Kreativ-Ecke ich hätte gesagt Community-Bilder poste ich eins richtig Trinkerni deswegen sind Kinder einfach auch so toll denen ist es egal ob du welche Hautfarbe welche Religion du ne Behinderung hast entweder Kinder mögen dich oder sie mögen dich nicht richtig aber auch und das ist das schöne warum ich mit Kindern so gern zusammen bin und noch viel geiler ist mit Kindern sie sagen gerade raus was zu denken ja oh ja und das ist ja das was manchen nicht passt ja meine Nichte hat mir ja erklärt ich sitz nur im Rollstuhl weil ich dick bin wenn ich abnehmen würde könnte schlafen wie Flamingos hm das ist ein bisschen das ist sehr hart ja das ist das Kind ich fand es sehr witzig ich fand es sehr sehr witzig was los Maus warum warum willst du jetzt Aufmerksamkeit achso weil ich ich rede mit unserem Hund die das habe ich gerade das habe ich auch gerade gesehen die steht gerade neben mir und wiegt ja vielleicht muss sie aufs Klo ja draußen waren wir mit ihr das wundert mich halt gerade so ein bisschen ja ist im Wassernapf noch Wasser drin ja da würde sie sich anders zeigen dann würde sie mit ins Bad wollen und guckt dann die Badewanne an und sie hasst baden deswegen ist das ein sehr sehr eindeutiges Zeichen dann ok na meine lernten die aus warum ist das immer noch so zickig hier wo ist hier hin geht das Wasser nun nun Das zählt ja theoretischer als unter Wasser. Ein bisschen. Lass mich drüber nachdenken, nein. Wow. Du kannst aber schnell denken. Okay, so hatte ich es nicht gedeutet, aber okay. Boah, weißt du, jetzt hat der Blue von Bestellen geredet die ganze Zeit, jetzt habe ich Hunger. Hm. Dann solltest du was essen. Kann ich hier nicht einfach jetzt nach außen gehen? Oh ja, Mandarinen. Mega, danke. Okay. Darf ich nicht essen. Das ging schon gerade an Nikolaus. Jeder hat sich immer auf Schokolade gefreut. Ich war das glücklichste Kind ever, wenn ich Mandarinen in meinem Stiefel hatte. Mandarinen und sowas darf ich nicht essen. Zitrus, ähm... Nein, nicht deswegen. Nicht deswegen. Ich hatte mal einen Darmverschluss und seitdem darf ich keine Lebensmittel mehr zu nehmen, die grob faserig sind. Hm, verstehe ich. Das Zöll kann sich im Darm festsetzen. Ja. So, aber ich brauche jetzt eine Kröte. Eine Kröte mal. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mit und wir gehen einen Kröte schubsen. Genau. Oh, das... Hallo, mein lieber Walt! Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Red. Na? Als was, läufst du jetzt gleich dann durch euer Gruselhaus da? Scheinlicher Schratte. Hey, Red! Ich will, ich will Fotos, ich will ganz viele Fotos. Auch, ich auch! Der Discord-Server möchte auch viele Fotos. Ja, Mandarinen sind besser als Schokonekuläuse auf jeden Fall. Definitiv. Ah, jetzt wird's langsam. Schokonekuläuse kann man hinterher super in Nutella-Brownies verarbeiten. Das stimmt. Also, ich hab mit Schokonekuläuse immer Tassenkuchen gemacht. Herr Derminienchen, ich glaube, der Vari hat deine Challenge bestanden, so wie das aussieht. Noch nicht. Noch laufen keine Besucher durch und noch schon keine Pinguine. Nee, aber das sieht schon mal gut aus. Kowalski, Analyse. A-Ey. Läscheln und winken, Männer. Läscheln und winken, Männer. Sie haben nicht gesehen. Sie haben nicht das geringste gesehen. Kämt. Ehhhhh, scheiße! Jetzt weiß ich, wo echt diesen Satz herkenne. Ouuuu. Da gast's krass. Movid Movid. A-Ey. Stuhl, Stuhl kann also keine Bereitigung oder ein Schimpfwort sein. Es ist obszön. Wie? Wenn ich jetzt sagen würde, du Küchenstuhl, ist das obszön. Wie bitte? Wenn ich sagen würde, du Küchenstuhl, dann wäre das obszön. Nein. Küchenstuhl ist ja nicht obszön. Karmstock ist auch ne Blume. Und das war ein Zitat. Oh, das Zitatrecht, das ermöglicht dir auch noch einiges. Nein, du hast ja recht. Ich sitze einfach nur hier und schüttle den Kopf und überlege zu gehen. Nein. Kann ich dir Nutella-Brownies bestechen? Nein. Ich habe nämlich noch Cookies hier und Käsekuchen. Aber ich habe gar keine Lust auf Süßigkeiten. Mandarinen-Buttercremetorte? Nein. Wenn ich mir einen Kuchen wünschen darf, dann hätte ich gerne eine Käsesahne. Ja, es sei aber, es sei aber, ich weiß, dass du Fluren sympathisch findest. Deswegen bin ich hier bei dir im Stream auch immer so, dass ich nur mit halbem Ohr zuhöre. Und immer wenn du fluchst, einfach mal kurz stumm stelle, weil ich mir denke, ich darf ja eh nichts sagen und du machst eh weiter. Ich bin ja so über Red. Da sage ich auch nichts, traue ich mich nicht. So, und zack, eine falsche Drehung und schon ist man wieder draußen. Super. Gefängnisinsassen verflogen, die sind weg. Ich komme hier nicht weiter runter, aber ich komme hier nicht weiter runter. Das, was Red schreibt. Ja, ich sage ja, bei mir traue ich mich auch nicht, was zu sagen. Yeah, Fotos! Werde ich mich gruseln? Dem besten Fall, ich muss noch meine Kontaktlinsen ausprobieren. Oh, was sind hier Fotos? Die werden wahrscheinlich nach und nach erst gepostet. Wenn sie fertig sind mit Schminken. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich habe noch 49 Minuten. Also ich werde nicht beide Seiten auf die Schnelle hinkriegen, Däumelinchen. Das musst du mir jetzt der Zeit verzeihen. Alles gut. Aber nur für die Beweisführung. Ich weiß, dass du dir sonst für so ein Projekt mega viel Zeit nimmst und dass du im Nachhinein wahrscheinlich auch noch mal einiges dran arbeiten wirst. Von daher alles gut. Ich fand es läufig, aber theoretisch ist es möglich, hier unten durchzulaufen. Und die Pinguine zu beobachten. Jetzt kommt der lustige Part. Ich saß da ewig dran und ich krieg das halt mal einfach mal so hin. Ja, was soll ich sagen? Dekosteine brauchen mehr Dekosteine. Ich habe über 200 Stunden in dem Spiel, Däumelinchen. Ich weiß, wenn ich spiele seit zwei Monaten und das noch nicht mal regelmäßig. Ich habe es, seitdem du es spielst, glaube ich fast gar nicht mehr gespielt. Ja! Hatte es einen Zusammenhang? Nein! Nein! Keinen wissentlichen. Ich habe nur eigentlich... Das hätte ich auch gesagt. Ne, ich habe zur Zeit halt einfach auch keine Lust auf Planet 2 und warum soll ich ein Spiel spielen, worauf ich keinen Bock habe? Das würdet ihr als Zuschauer einfach merken. Ist ja auch richtig so. Ich nehme es ja auch absolut nicht persönlich, aber... Ich kam gerade einfach nur gut. Ja. Also frei nach der Nutte. So, sie hat jetzt das Spiel. Ich habe es geschafft, dass es jemand kauft. Jetzt kann ich aufhören. Ich möchte anmerken, ich habe es geschafft, dass es zwei Leute gekauft haben und nein, ich habe keinen Sponsoring. Da kommt's raus. Nein, ich habe leider keinen Sponsoring mit Frontiers. Ich bin gleich wieder da, ich muss bei irgendeinem Gase... Kein Problem. Ja, Transportfever ist da halt aktuell höher im Kurs. Mit unserer sehr merkwürdigen Straßenführung. Von Dieter abgesegnet. Von Dieter finanziert und abgesegnet. Auch wenn's Herr Kemper fürchterlich skalieren lassen hat. Och, hey. Ich glaube, äh... Polly war nicht überzeugt. Aber er gilt auch nicht zu überzeugt zu werden. Also, also bitte. Wo kommt man da hin? Ist dieses Glas-Ding mal endlich fertig? Also, meine Nase läuft ein Marathon. Na, guck. Sportlich, sportlich. Eintrag ins Tagebuch. Körperteile können laufen. Dafür war ich doch in der Physio, oder? Theoretisch schon. Aber die Frage ist, warum kann die Nase besser laufen wie du? Als. Als wie. Okay, dann einigen wir uns auf als wie. Ich dreh durch. Nein, das ist der Potzern-Dialekt und das muss so ist. Weil so ein Ding ist das nämlich. Genau, genau. Nein, Dolmelinchen weiß, wie ich's meine. Von daher. Ja, das ist ja das Problem. Toternst. Unfassbar toternst, Dolmelinchen. Ja, ich weiß. Ich bin auch schon ganz traurig. Ich hörte man's nicht. Ja, man... Also, du bist ne perfekte Schauspielerin. Also, ich hab's bis jetzt noch nicht gemerkt. Hättest du's nicht gesagt. Boah. Also, ich... Ich muss dazu sagen, ich stelle mich im Freundeskreis meistens so vor. Hi. Ich bin der Olli. Denk dir nichts. Wenn ich dich ärgere, dann heißt das, ich mag dich. Wenn ich dich sehr ärgere, heißt das, ich mag dich wirklich. Das ist so langwierig. Weißt du magst mich nicht, weil du ärgerst mich nicht. Nein, ich respektiere dich. Deswegen ärgere ich dich nicht. Und das heißt was? Aber das mach ich selten. Das mach ich nicht mal bei meinen Kunden. Selbst die kriegen dumme Kommentare im Ohr angeknallt. Das stimmt. Und ich stelle mich immer vor, wenn ich mit dir rede, heißt das, ich mag dich. Ansonsten bin ich ziemlich schweigsam. So, Leute. Und ihr habt mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie ich ein Telefon buch. Oh, das... Das? Ja, mein Bruder hat mich mal vorgestellt mit... Das ist meine große Schwester. Keine Angst, der ist nichts peinlich und nüchtern noch viel weniger. Oh. Aber Variant ist, du kannst wirklich nicht zählen, ne? Warum? Pass auf, in deinem Ablaufplan Steht zuerst, Spiel 2, Planet Zoo. Ja, und danach Spiel 2. Spiel 2? Fallgeist. Das wäre denn meines Wissens Spiel 3, ne? Das ist richtig. Das habe ich gerade eben nur on the fly geändert. Ja. Danke für den Hinweis. Wenigstens einer, der aufpasst hier. So. Noch 5 Minuten. Dann muss ich euch erst mal wieder verlassen. Weil sonst schreit die Doktor, dass die Haare ausfallen. Nein, nein. Dann müssen wir mal gucken, ob das Farb-Experiment diesmal was geworden ist. Ach so, das mit dem Orange war das, ne? Mhm. Oder ob es wieder Neon-Gelb, Neon-Grün geworden ist. Habt ihr vorher blondiert? Nein. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Ja, dann habt ihr das letzte Mal blondiert und kein Silbershampoo benutzt. Also das Orange ist auch rausgezogen. Lang genug? Ähm, sie waren ja vorher schon einmal blondiert und dann, äh, blau. Dann hatte sich das Blau so weit rausgewaschen und war hellgrün. Dann haben wir nochmal blondiert, weil der Ansatz so dunkel war. Dann machst du die Klingel an. Und um das, die, die restliche Farbe so ein bisschen noch heller zu kriegen, aber leider ist es dann Neon geworden, Neon-Grün. Machst du die Klingel an? Du wolltest ein Silber, ja. Ach so. Also es fehlt noch keine Information mehr von mir. Ich habe zu den Schrimps was gesagt, ich habe zum Getränk was gesagt und ich habe gesagt, was ich essen möchte. Man hat ein Blau gehört. Ja. Blau war übrigens der Antredent aufgefallen ist, Ari. Genau. Ein Blut, hab er die da getan. Hahaha, ey. An das gleiche Lied habe ich gerade auch gedacht. Ja, das hat er wirklich gesagt. Hm. Gesagt oder geschrieben? Geschrieben. Hm. Das tut mir leid. Habe ich dich überlesen. Hm. Wie das nur passieren konnte. Ja, verstehe ich auch nicht. So, ich sag mal bis gleich. Bis gleich. Oh, mein. So. Blumen. Wie können wir am schnellsten irgendwas grün kriegen hier. Farbe? Ja, das geht leider nicht. Was ist los, Maus. Was ist los, Maus? Was? Ja, was? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut, dann erzähl doch einfach den Menschen Dinge. Das ist okay, Maus. Red Boy. Red würde niemals übermelestern. Ist du dir das sicher? Ja. Definitiv. Ja, gut. 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 Nichts triggert Mel mehr als Brennnesseln. Oh, sie könnte das Headset aufhaben, sie könnte das gehört haben. Das wirst ihr dann merken, wenn es wieder da ist. Verdammt. Sie hat's mitgekriegt. Verdammt. Ja, es haut alles. Blue, du hättest ihr niemals das schnurlose Headset geben dürfen. Aha. Jetzt kommt's raus. Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass die kleine Maus noch mal raus will. Und das Handy hat sie auch noch mitgenommen, damit sie schreiben kann. Du weißt doch, Frauen können Multitasking. Das halte ich immer noch für das größte Gerücht, welches es auf der Welt gibt. Ich kenne so viele Frauen, die kein Multitasking können. Also, ich kann's nicht. Alles klar, Blue. Lalalalalala. Da ist was auf dem Weg. Was? Da ist was auf dem Weg gewachsen. Aha. Ja, Mel, da wachsen ganz viele Dinge auf dem Weg. Das ist quasi der Folterweg. Das ist dein persönliches... ...dein persönliches Waterloo. Du und Regani, ich zieh dich sofort. Kleinen Moment. Zup, 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 zup. Da war jemand schneller. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Und ich bin aufgestanden. Sehr gut. Und Josi, bevor es rausgeht, und das rausgeht aus dir, zieht's... Du kriegst von deinem Mädchen nochmal einen Snack, Mama. Heute wirst du aber richtig verwöhnt von ihr. Ja, ich hab heute gute Laune. Sie hat gute Laune, Maus. Jammern hilft auch bei ihr. Nee, das hilft definitiv nicht. Im Gegenteil. Wenn sie jammert, gibt's nix. Hat vorhin Lea schon schmerzhaft erfahren, sage ich mal. Oha. Ja, bei uns ist es ja so, wenn wir Futter machen, das steht hier direkt neben ihrem Körbchen. Mhm. Und wenn wir Futter machen, muss sie liegen bleiben und darf halt erst hin, wenn ich sie zu mir rufe, dass sie bei mir ein, zwei Kommandos gemacht hat und dann darf sie fressen gehen. Und nicht vorher schon. Das ist mal gute Erziehung. Und ich hab vorhin das Futter gemacht und während ich in der Küche war, Futter holen. Also ich hab nur die Box aufgemacht, wo's drin ist, fing sie schon im Körbchen an. Hm, hm, hm. So, und das ist bei mir einfach okay, alles klar. Ich hab den Napf voll gemacht, hab sogar noch extra gemein rohes Ei mit dazu, was ja noch schwieriger für sie ist. Und sie hat, glaub ich, ne halbe Stunde lang vor sich hin gefiebt, während ich mir dann mal einen Tee gekocht hab und getrunken hab. Äh, bis sie sich beruhigt hatte und erst dann durfte sie ran. Mhm. Das ist ne gute, gute Erziehung. Ja, ich bin halt böse. Du sagst immer, ich bin böse zu ihr und folter. Nein, das hat nichts mit Böses zu tun. Doch einfach vor Beziehung. Ja. Oh. So. Ah ja. Wie steht's denn beim Fußball? Äh, es sind alle Spiele zu Ende. Welches Spiel willst du hören, das Ergebnis? Mir ist egal. Freiburg. Freiburg hat 3-1 gewonnen gegen Fürth. Yes. Dortmund, Köln, 2-0. Eberkusen, Wolfsburg, 0-2. Winnefeld, Mainz, 1-2. Und Union Berlin gegen die Bauern aus München, 2-5. Hm. War ja, glaub ich, das erste Heimspiel von Freiburg im neuen Stadion. Ja. Es Zweite. Wo das Zweite? Ja, gegen Leipzig war ja auch schon Heimspiel im neuen Stadion. Wo sie 1-1 gespielt haben. Ja. Ja. Aber Wolfsburg ist schon komisch. Kaum wird der Trainer gefeuert, gewinnen sie wieder ein Spiel, wa? Ich kenn mich im Fußball halt gar nicht aus. Ich auch nicht. Ich hab früher selber gespielt. Ich musste im Schulunterricht immer ins Tor. Das hat mich verändert fürs Leben. Das hat sich geprägt fürs Leben, ah ja. Ich bin mit Fußball aufgewachsen. Torhüter war mein härtester Gegner. Okay. Ich bin gelernter Mittelstürmer. Ah, okay. Und das Miese war immer, ein Torhüter wusste nie, wann ich schieße. Mhm. Bettfüßig. Mel, guck mal unterm Sitz. Was? Wie ist er unterm Sitz? Er hat gesagt, wo ist mein Freischneider? Moment mal. Wieso nur 8 Jahre gearbeitet? Hehehe. Wari, du brauchst so ein Ding zum Eindösen, dass du mal einen Schluck trinken musst. Hm. Du trinkst aber zu wenig. Ja, tut ja. Wow. Jetzt wird sich verbündet hier. Wir müssen uns sorgen um dich. Ja. Wir tun doch beide nicht. Ich hab doch schon vorhin, ähm, weil wer weiß denn sowas jede Menge Schlücke genommen. Ja, das ist jetzt aber auch schon anderthalb Stunden her. Ja. Hörst du? Ja. Immer gegen die Schiene. Dann fühl ich mein Glas halt weiter. Oh. 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 Gerne. Immer ein gutes Vorbild sein. Dann dürfte er nicht mehr rauchen im Stream. Bei einer Sache kann man ja anfangen. Okay, ich trinke nicht. Er trinkt nicht und er isst kein Fast Food im Stream, weil er isst gar nicht im Stream. Richtig. Und er nutzt keine Schimpfwörter. Na. Wenn ich da bin. Wenn ich da bin. Okay. Dafür eskalier ich dann aufs Stream. Da wird dann alles nachgeholt. Da ist es mir ja egal. If. Dann muss es nur Blue ertragen und Josie. Und eventuelle Anwesende im Discord. Du kannst mit Mel auch reden, Dobby. So ist es nicht. Ach, das ist Mel. Jetzt habe ich das auch verstanden. Bildungsauftrag für heute erfüllt. Ja, sieh es mal so. Ich bin ein bisschen älter. Ich brauche ein bisschen länger mit der Leitung. Alles gut. Erstens das. Und zum anderen, du bist neu auf dem Kanal. Von daher macht dir da keinen Stress. Ausreden. Aber wenn ich mit dir so angucke, dürfte ich ein gutes Stück älter sein wie du. Ausreden. Dass das eine Ausrede ist, glaube ich weniger. Alter, spielt doch eigentlich eine untergeordnete Rolle. Aber jetzt bin ich neugierig. Wie er schätzt du denn unseren lieben Vali? Ah, okay. Vali, du darfst aber nicht böse sein, wenn ich zur Akte nebenliege, okay? Nein, 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 nein. Das ist alles fein. Ich bin letztens... Oh, Lanza, Ruhe. Ich würde mal sagen, Anfang 30. Ja. Wirst du? Da bin ich ein gutes Stück drüber. Ich wurde letztens, den Satz wollte ich noch eben zu Ende bringen, als junger Elten tituliert. Das passt sogar. Das wird jetzt nicht mehr los. Nee. Danke, Seoside. Ach nein. Danke, Invertmaster. Dankeschön. Aber jetzt mal was anderes. Sollen wir schon mal bei dem Thema sind? So rein von der Stimme her. Wie alt schätzt ihr mich? Oh, das ist gemein. Ja. So rein von der Stimme her würde ich dich... Aber nicht böse nehmen. Hallo. Geschätzt würde ich sagen so Anfang 60. Ich muss mal kurz überlegen. Lass das mal kurz unkommentiert stehen. Ich habe bei sowas nie eine Ahnung. Wenn ich Leute kenne, stelle ich die falsch ein. Mitte... Mitte letztes Drittel 50er. Na ja, da gehst du noch ein paar Jahre runter. Ich bin 47. Okay. Ups. Nee, ich hätte jetzt halt tatsächlich gedacht, so irgendwas um die 50, 55, 57, so um den Dreh rum. Tut mir leid. Aber... Nö, alles gut, alles gut. Ist doch eigentlich ein Kompliment, wenn man jünger ist. Weiß man klingt. Finde ich. Ab einem gewissen Alter. Ja, so sehe ich das auch. Zumindest ab einem gewissen Alter. Und vor allem das Lustige ist, wenn ich drei meiner Geschwister neben mir habe. Und jeder, das werden meine Kinder. Okay. Wieso? Mein jüngster Bruder ist 22. Ja, okay. Oh, danke. Also vom Altersunterschied her könnte ich von drei Geschwistern der Vater sein. Ein rechnerisch. Ja. Okay, nicht. Ist bei unserer Familie nicht anders. Nur, dass ich das Nestekchen bin. Ja, irgendeiner ist es immer. Ja. Mel. Hey, komm, der Tag. Ach, Mel ist jünger, als ich sehe ich gerade. Aha. Ich weiß, dass du böse bist, aber ich halt nicht. Deswegen sage ich nichts dazu. Genau, weil das echte Diebe ist, wird Mel demnächst einfach jedes Mal blau-weißes Konfetti kriegen. Äh, dann kriegst du es aber nicht nur mit Mel zu tun, sondern auch mit mir. Das ist ja der Witz da dran. Genau. Dinge passieren. Ups. Ich kenne mich doch im Fußball nicht aus. Habe ich da die falschen Farben verwendet? Oh nein. Absolut. Tut mir leid. Mit Schlimpfhausen können wir nichts anfangen. Oder Mel? Warum jammelst du Maus? Der Papa ist gleich aus seinem Spiel raus. Im besten Fall lief... Achso, nee, die haben ja Verlieferungen geschlossen. Das heißt... Ich muss auch nicht an die Tür. Sehr gut. Ich gehe echt unfassbar ungern an eine Tür. Ich weiß auch nicht, warum. Also, Essenbestellungen annehmen. Ganz selten, dass ich das mal mache. Essenbestellungen gehen noch. Da weiß ich, was ich kriege. Aber wenn einfach so jemand schellt und ich weiß nicht, dass ich ein Paket kriege oder Essen, dann frage ich mich, wer eigentlich schellt. Also, Essenbestellungen oder Pakete nehme ich gern an. Aber wenn es so klingelt, dann mache ich schon mal nicht auf. Und genauso, Telefon, wenn die eine unbekannte Nummer anruft, gehe ich nicht ran. Da warte ich, bis die auflegt, dann google ich die erst. Das mache ich auch immer. Ich gehe bei unbekannten Nummer auch nicht ran. Weil ich sage mir, wer nichts zu verbergen hat, der zeigt seine Nummer an. Ja, es kommt drauf an. Also, selbst die Uniklinik hier bei uns, die ruft mit unterdrückter Nummer an. Deswegen, da muss ich dann manchmal schon... Aber wenn ich weiß, dass sie anrufen, dann gehe ich da auch ran. Das ist ja was anderes. Aber wenn ich so anrufe, dann hat dann halt nicht... Was willst du? Was willst du? Ich will jetzt nicht kuscheln. Ich habe das Gefühl, unsere Hunde haben sich abgesprochen. Neumelin, ich kann was sagen. Irgendwie schon. Das Schöne ist halt nur, Josie passt auf den Schoß. Lea nicht. Das ist gemein. Ja, es ist aber so. Die ist zu groß. Oder du zu klein. Oder ich wäre wahrscheinlich auch für Josie zu klein. Du sitzt da bei einem Rollstuhl. Da kuschelt die sich eng genug an. Das ist, glaube ich, so wie Lea. Die hat nämlich beim neuen Rollstuhl rausgefunden, dass sie auf die Fußstütze drauf treten kann. Und mit dem Vorderbein nach oben ziehen kann. Die benutzt mich so als Kletterbaum. Hunde sind nicht dumm. Das war so witzig. Ich war mit der Lea vorletztes Wochenende. Und dann haben wir einen weißen Schäferhund getroffen. Und der Besitzer hat seinen Hund festgehalten. Und dann meinte ich, sie können ruhig laufen und lassen alles gut. Ja, aber der ist immer so stürmisch. Da meine ich, das macht nichts. Das ist okay, wenn die einen drüber kriegt. Ja, wirklich? Ja, meine ist genauso. Die meint auch immer, die muss jeden Hund anspringen und über den drüber. Das ist vollkommen okay. Ja, okay. Er lässt seinen los. Die beiden toben. Und dann meint er zu mir, aber Ira ist ja noch voll jung. Er ist ja ein Schäferhund-Welpe. Und ich gucke sie da so. Ja, nein, sie wird elf. Den war halt als Griff, ihn jung ein Hund. Genau, behielt sich aber wie ein Welpe. Ja, und ist auch kein Schäferhund. Ja, aber es sieht so aus. Ja, ist aber weder Welpe noch Schäferhund. Gell? Das wäre für mich so ein richtiger Moment gewesen. Da wären mir so viele Däumlinchen untaugliche Worte rausgefallen. Lea, komm her. Vari, was ist eigentlich mit den Pinguinen? Die Pinguine haben Einzug in circa, ich sag mal, zehn Minuten. Sie werden das hässlichste Gehege der Welt haben, aber Hauptsache den Besuchern gehst du nicht. Priorität. Mosi. Genau. Ich will hier gleich einfach Besucher durchgehen lassen und mich in deren Sicht begeben und das einfach mal angucken. Was machen tropische Pflanzen bei den Pinguinen? Ähm, wie du siehst, wachsen. Gut aussehen. Außerdem ist das häufig so in Zoos, dass die Bepflanzungen am Wegesrand nichts mit dem Biotoprummelfeld zu tun hat. Ich meine, da wo Pinguine leben, ist jetzt meistens nicht allzu viel Vegetation. Das kommt dazu, da ist es eher eisig. Also, außerdem ist die Pinguine von Madagaskar. Da, auf Madagaskar ist mehr. Genau, Madagaskar, da ist es tropisch. Also machen das deswegen auch die Tropenpflanzen. Danke, die Garni. Danke. Jetzt muss ich nur hoffen, dass es Kaiser-Pinguine gibt. Ich glaube, aber ja. Bei Kaiser-Pinguinen wären eher Afrika, oder? Kannst du bitte einen Pinguin Kowalski nennen und einen Pinguin? Ja, das kriegen wir hin. Ja, und einen Pinguin musst du nach deinem Freund benennen. Aber es gibt keine Wale in deiner Zug. Nein, aber er ist mein persönlicher Pinguin. Okay. Insider. Okay. Wie heißen eigentlich die anderen beiden Pinguine von Madagaskar? Kippa und Private. Das war's. Ich bin gerade geschockt, Rigani weiß was nicht. Ich weiß viele Dinge nicht. Du stellst halt immer nur so einfache Fragen, die ich kenne. Ah, okay, alles klar. Oder wo ich zum Beispiel irgendwann schon mal irgendwas drüber gelesen oder gehört habe, unternehme ich das einfach immer. Knopp Atmung. Oder ich raten halt richtig. Knopp Atmung. Und du stellst einfach immer so einfache Fragen. Hallo? Einfach ist halt relativ. Basiswissen. Isklamel. Willkommen zurück. Wir föhnen noch eben, dann bin ich wieder da. Ah, okay. Däumelinchen. Ja? Ich möchte mich jetzt schon im Vorfeld entschuldigen. Die nächsten zwei Stunden werden übel. Warum? Es ist Vollgeist. Es werden Worte fallen, die in deinem Vokabular nicht vorkommen werden. Ich bin, ich bin dann eh erst mal Essen und Gassi und so. Ich komme erst wieder zu Sims wieder. Okidoki. Also kannst du dich da austoben. Ich bin da nicht da. Aber Red, mein Freund, du willst keinen Pinguin Red Boy nennen? Hä? Ich rede von Blue. So. Jetzt müssen wir erst mal hier wieder hoch. Lass mich hoch da. Ja, Barry, das hast du sehr schön gemacht. Ja, finde ich auch. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Ja, aber es sieht sehr gut aus. Ja, dich ist gut, was ich. Es sieht zumindest so aus, dass es funktioniert und nicht wie bei mir gestern, dass nichts funktioniert und ich deswegen schreiend wegrenne. Also verhältst du dich dann wie ein Besucher, wenn du das Löwengehege aufmachst? Ja. Ich kann auch immer schreien durch die Gegend. So. Wir machen jetzt hier mal ganz kurz. Vielen lieben Dank, Seeküste, für das Applaus abspielen. Tierpflegerhütte. Quarantänestation. Toiletten sollst du da auch hinbauen, oder? Ja, Tierarztpraxis. Muss ich nachfragen, heißt es nicht eher Quarantäne? Quarantäne? Also ich sage immer Quarantäne eigentlich. So wird es auch richtig gesprochen. Selbst wenn nicht, ist das mein Sprachfehler, den behalte ich. Da war ja keine Kritik, sondern ich weiß echt nicht, wie man das ausspricht. Quarantäne. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich kann es auch nur so. So, und Essensstand. Eiscreme-Stand, Milchshake-Stand, Fischbude gehört auch hin. Energie-Stand, das gibt es da leider nicht. Slushy-Stand, Sodastand, Hut-Stand, Hot-Doc-Stand, Infozentrum, Photoshop-Dings. Jetzt merkt man, dass er seine ganze Lust und Laune am Bauen woanders rausgelassen hat. Und hier ist einfach nur noch, ich habe keinen Bock mehr. Ne, hier läuft das gerade unter dem Motto, okay, ich muss da irgendwie noch Kunden, also Gäste reinkriegen. Und die müssen... Die küsstet es dann einmal ich und einmal, also einmal Däumelinchen und einmal Rigani. Was? Ah, okay. Wer die netten Damen sind, die sprechen. Naja, ob nett ist, ist die Frage. Also ich bin nicht nett, weil nett ist die kleine Schwester von... Ja, von was denn? Von Scheiße. Spreche ich mich aus. Also wärst du jetzt clever gewesen, hättest du gesagt, von Stuhl. Ich schon. Nein, ich habe ein Sprachrohr, ich habe eine Melli, übernimm das für mich. Achso, und die wird auch nicht ausgeschimpft, wenn sie das Wort sagt? Ich verstehe schon, das ist doch hier alles Vetternwirtschaft. Wer war's denn sonst? Das ist gemein. Aha, ich habe einen Darfschein, ich habe einen Darfschein. Seeküste, alles Gutes. Ich bin auch total heiser und immer noch erkältet und von daher ist es okay, wenn du mich nicht erkannt hast. Das ist vollkommen fein. Genau, im Zweifel das, was Saiba schreibt, Kakapo. Kakapo, darf ich sagen. Kakapo ist ein Vogel. Ich bin mir auch für mich zu ärgern heute, ich komme sonst nachher bei Sims nicht mehr dazu. Aber Kakapo ist ein Vogel, das haben wir vorhin gelernt. Ja, natürlich. Das heißt Kaka, du. Nee, Kakapo. Nein. Das ist ein Kakapo-Papagei gewesen. Ja, der einzige Papagei, der nicht fliegen kann und in Neuseeland lebt. Und so süß aussehen. Und es gibt nur noch 100 irgendwas. Und Mel hat auch nur einen Darfschein für jetzt, auch nicht für immer. Ja, der hätte schon bei der Ausstellung eigentlich limitiert werden müssen. Da ist, äh, da ist ein Limit drauf. Sie kann es noch nicht lesen. Pflugel! Gar nicht. Und wenn du dich jetzt mit mir anlegst, du möchtest nachher gerne ausdiskutieren. Oh, je, je. So, Tierhandel. Ah, nein. Moment. Aber hast du einen Eingang für deine Mitarbeiter, damit die geliefert werden können? Nee, ich habe ja noch nicht mein Gehege drumherum gezogen. Hey. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe noch gar keine Mitarbeiter. Und hier Pfleger. Ich finde, jedes Spiel mobbt, ne? Es gibt keine Rollstuhlrampe, es gibt keine Rollstuhlfahrer. Das ist richtig. Das ist eigentlich voll unfair. Ja, wie bei Sims auch. Ich bin ja bei Sims. Ich glaube, ich habe schon 500 E-Mails geschrieben, dass ich Rollstuhlfahrer haben möchte und Aufzüge und so. Gibt es nicht. Es gibt auch keine Blinden, keine Amputierten, gibt es alles nicht. Das ist voll die Ausgrenzung. Äh, ja, so gesehen hast du recht. Wir müssen ja auch nie zum Arzt und so. Doch, doch, doch. Das ist nicht richtig. Krank werden sie und du kannst Medizin kaufen, du kannst zum Arzt, das geht. Du kannst sogar Selbstarzt sein. Du kannst Selbstarzt sein, du kannst Kinder entbehren. Gebären, entbehren, gebären, gebären. Rausholen. Entbinden. Heißt das, ja? Ja, genau. Und operieren. Du kannst bei Sims mittlerweile operieren, voll cool. Ist halt, manche sterben dann auch Menschen, bist du halt schuld, aber... Ist dann halt so. Dinge passieren. Dinge passieren. Dinge passieren aus den Unmöglichsten. Oh, auf Sims freue ich mich nachher echt richtig. Oh, oh. Ich weiß noch nicht mal, was... baue ich halt einfach ein Haus, was dann in einem Community-Ding hochgeladen wird. Das ist so schade, dass man nicht, äh, übergreifen kann. Das hätte ich gesagt, ich gebe dir meinen Account und dann hast du alle. Na, alles gut. Wäre so witzig. Im Discord, Seeküste. Wir sind im Discord. Genau, wir sind im Discord. Und Cyber hat eine Frage, wie das funktioniert mit den Kindern entbehren. Cyber, nein. Einfach nur, nein. Das ist das, was ihr gesagt habt. Jetzt schimpf nicht mit Cyber, der kann da nichts für. Ich schimpf nicht mit ihm, ich sag nur nein. Ganz schön gemein. Ich bin nie gemein, aber ihr wollt mich ärgern. Nie ist ein starkes Wort. Ihr, wann war ich gemein? Wann hast du mich mal gemein erlebt? In den letzten fünf Jahren, in denen wir uns kennen. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ausrede. Ja, aber eine gute. Und sie funktioniert. Die sind entbehrelig. So, wir müssen mal ganz kurz das Gehege hier Pinguin sicher machen. Ach, eigentlich müssen wir es nicht. Wir können da die Pinguine einfach reinpfeiern und gut is. Pinguin. Brillen oder... Welche hast du? Brillen oder... Ähm... König, König. Okay. Wir sollten ein Kowalski... Für den lieben Waller. Nein, ich... Ich habe gerade tatsächlich einfach nur alle einzeln gekauft. Ich habe gerade tatsächlich einfach nur alle einzeln gekauft. Ja, kenne ich. Ich gehe auch erst mal aufs Klo. Ah ja, die Autofahrt in den Zoo, die war ja schon lang. Ich musste erst mal aufs Klo. Leute, lauft ihr auch in die Richtung, bitte. Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben in diesen anderthalb Stunden. Ich will jetzt, dass ihr dahin geht. Hast du für die Pinguine unter Wasser Spielzeug, damit die überhaupt schwimmen? Nein, es gibt keine Futterplatzform. Es gibt nichts. Die sind auch im Übrigen schon krank. Hier, Quäler. Wir wollen alle nicht da reinlatschen. Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es immer noch der Schweine Zoo ist, oder? Nein, das ist ja neu angefangen. Ich weiß nicht, dass es immer noch der Schweine Zoo ist, oder? Ich weiß nicht, dass es immer noch der Schweine Zoo ist. Ich weiß nicht, dass es immer noch der Schweine Zoo ist. Ich weiß nicht, dass es immer noch der Schweine Zoo ist, oder? Ich weiß nicht, dass das schon matt haben. Ich weiß nicht, dass ich das so�osta, replies, zu nehmen, aber also die Polizei zu kaufen. Ich weiß nicht, dass es immer noch der Schweine Zoo ist, oder? Seht doch weiter nach트가 gut da marathen aus. Ji пом� nicht mehr so viel Geld. Das war ab 28 pornography. Aber es wurde Philippines, die Person nachher tat geistet Warum das bevor ist? Vielen Dank. Vielen Dank.